Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über zahllose Nachrichten zu Layoffs bei unter anderem Sony und EA, der Neuankündigung von Pokémon Z bis A, Last Epoch und die neue Formel 1 Saison. Das alles und mehr jetzt bei Folge 461 von Hooked FM. Hallo und herzlich willkommen bei Hooked FM Nummer 461. Am Start wieder der gute Tom. Hallo. Und ich. Einen wunderschönen guten Tag, ihr da draußen. Wir haben heute eine sehr nachrichtenfokussierte Ausgabe, die vielleicht mal wieder so ein bisschen ein Downer wird. Wir sind es ja mittlerweile gewohnt. Aber Tom, hast du denn bessere Nachrichten von deinem Wochenende? Hattest du eine gute Zeit? Ah, es fällt mir gerade schwer, darüber nachzudenken. Ich komme gerade von einem Zahnarzttermin. Also, falls ich ein bisschen komisch klinge heute, dann, weil meine linke obere Oberlippe noch taub ist. Das ist wirklich gerade mal irgendwie anderthalb Stunden her oder so. Aber ich habe das Gefühl, ich kann schon wieder ganz gut reden. Ja, ich hätte es gar nicht. Also, wird sich ja gleich herausstellen zumindest. Wochenende war ansonsten recht entspannt und schön. Wir haben ein Spiel gespielt, das noch nicht draußen ist, über das wir auch noch nicht reden können. Aber bei dem ich mich schon sehr freue, wenn wir dann drüber reden können. Und ich bin ganz froh gewesen, dass meine Final Fantasy VII Review rauskam und dass ich damit fertig wurde und dass das auch alles geklappt hat. Und würde euch ermutigen, euch die anzusehen, falls ihr wissen wollt, wie gut oder schlecht Final Fantasy VII Rebirth ist. Oder vielleicht auch jetzt, wo ihr selber schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habt, ob da eure Meinung reflektiert wird oder auch nicht. Weil das, weiß ich nicht, finde ich immer ganz spannend, im Nachhinein zu machen, mir anzuschauen, wie andere Leute auf diese Sachen reagiert haben, auf die ich auch selbst reagiert habe, auf unterschiedliche Arten. Und die Review selbst, würde ich behaupten, spoilert sehr wenig und auch deutlich, deutlich, deutlich weniger als die offiziellen Trailer von Square Enix. Ja, das stimmt. Ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung bestätigen, denn ich habe das Spiel ja selbst nicht durchgespielt, also noch nicht durchgespielt und konnte diese Review auch gefahrlos gucken. Du hast es auf magische Art und Weise geschafft, dieses gigantische Spiel mit all seinen Punkten und Kontextualisierungen in elf Minuten wunderbar zu besprechen. Großen Respekt dafür. Und deswegen auch von mir die eindeutige Empfehlung, sich dieses Review einmal näher anzugucken. Auf unserem Haupt-YouTube-Kanal. Hooked. Genau. So. Ich hatte auch ein schönes Wochenende. Ich habe besagtes Spiel ebenso gespielt und vor allen Dingen durfte ich das erste Mal seit vielen Monaten wieder der Formel 1 frönen, lieber Tom. Frönen? Und natürlich hörtet ihr gleich auch noch mehr darüber hier in diesem Podcast hören. Robbins vom Moses Formel 1 Fest ist natürlich zurück, das haben wir euch ja bereits angekündigt. Ich habe zwar auch einen eigenen Formel 1 Podcast, in dem ich da nochmal ganz ausführlich werde. Aber ich finde es eigentlich, es ergänzt sich eigentlich ziemlich wunderbar, dass ich hier diese kurzen Übersichten weiterhin gebe, das ja für viele Leute reicht. Und wenn ihr dann sagt, ich muss aber wissen, was in Runde 34 genau passiert ist, dann hört ihr das auch nicht bei mir im großen Podcast. Oh, ich wollte gerade sagen, ist das der Podcast bei dir? Runde 1. Was ist alles in Runde 1 passiert? Das ist die Spannung, das ist ein Live-Ticker. Ich lese einfach den Live-Ticker von irgendeiner Nachrichten-Website vor. Besonders spannend. Ja, also darauf könnt ihr euch heute freuen. Ein Spiel gibt es auch noch, aber wirklich einen großen Fokus heute auf die News, Tom. Und die News, die sind nicht besonders positiv. Daran sind wir ja gewohnt. Falls euch das auffällt in den letzten ein, zwei Jahren, das ist keine Entscheidung, die wir redaktionell getroffen haben. Dass wir jetzt einen anderen News-Fokus übrigens haben und nur noch diese Industrie-News quasi in den Fokus nehmen, beziehungsweise so einen großen Fokus darauf legen. Sondern das ist einfach die Industrie, in der wir uns gerade befinden. Und diese Woche war besonders schlimm für die Industrie. Wir beginnen mit Sony, denn Sony hat nachgezogen nun und 900 MitarbeiterInnen verlassen. Das sind 8% ihrer... Sie haben sie verlassen, entlassen. Oh, verlassen, entlassen meine ich natürlich. Also in gewisser Weise haben sie sie auch verlassen. In gewisser Weise moralisch auf jeden Fall haben sie die auch verlassen. 900 Leute, das sind 8% der Workforce. Und da gibt es ein paar weitere Nachrichten zu, die davon weitergesponnen wurden. Zunächst einmal, bevor ich auf die Details eingehen will, ein bisschen Kontextualisierung, die ich zusammengesucht habe, Tom. Ich war auf vielen Finanz- und Stock-Websites unterwegs. Ich habe Sachen gegoogelt wie Operating Profit versus Income Profit, um Sachen zu verstehen, um die vernünftig wiederzugeben. Ich bin jetzt ein Experte auf dem Gebiet. Nein, das stimmt nicht. Ich werde wahrscheinlich die Hälfte falsch sagen, aber ich habe mir große Mühe gegeben, dass ich sie richtig wiedergebe. Der Kontext, den ich nämlich geben will, ist, dass Sony im August letzten Jahres ihren Operating Profit von dem einen Quartal davor genannt haben. Und der Operating Profit, das ist bereits der Profit, den sie gemacht haben, vor Steuern und Zinsen, die sie noch abbezahlen müssen. Ja, also die muss man dann noch abziehen. Aber ansonsten sind die gesamten Abzüge bereits abgezogen. Und im August letzten Jahres meldeten sie nur für das eine Quartal Sony gesamt einen Operating Profit von 1,5 Milliarden US-Dollar. Und wenn wir mal bei Sonys Spieleabteilung konkret reinzoomen, dann hat diese Spieleabteilung nur die in den ersten drei Finanzquartalen 2023 einen Operating Profit von 1,2 Milliarden Dollar gemacht. Also in den ersten drei Finanzquartalen zusammen. Die Profitmargen sind dabei relativ gering, so bei 5 bis 6 Prozent. Aber das sagt jetzt auch nicht so viel aus, weil das ist dann mehr Geld als zum Beispiel 9 Prozent war 2021. Also das will ich kurz im Kopf behalten, dass allein die Gaming-Sparte von Sony in den letzten drei Finanzquartalen 1,2 Milliarden Dollar Profit gemacht hat. Also was wir uns merken ist, die machen gut Geld. Die machen wahnsinnig viel Geld. Es ist nicht so, dass Sony Geld verliert. Es ist nicht so, dass hier deswegen Ersparnisse gemacht werden müssen, sondern die machen sehr, sehr viel Geld. Nicht? Sind nicht die Playstation 5-Verkäufe total eingebrochen oder sowas, Robin? Ja, die sind total eingebrochen. Nämlich auf gerade mal 21 Millionen. Das ist aber die Sache, das sind immer noch die bestverkaufte Konsole in dieser Zeit, die sie bisher hatten. Und einfach die Erwartungen haben sie halt auf 25 Millionen gesetzt in diesem Zeitraum. Das heißt, je höher du die Erwartungen setzt, stellt sich raus, desto mehr kannst du auch die größten Erfolge als Misserfolge verkaufen. So, das behalten wir alles mal im Hinterkopf. 900 Mitarbeiterinnen, 8 Prozent, wurden jetzt also gekündigt. Das London Studio, das auch diesen Namen trägt, wurde geschlossen. London Studio ist ein ziemlich, ziemlich ikonisches Studio. Auch so ein wirklich altehrwürdiges Studio für Sony. Das sind etwa die Erfinder und Entwickler von SingStar oder von iToy. Also wirklich, ich würde sagen, Industrie- und firmenformende Franchises, die jetzt vielleicht gerade im Falle von SingStar über die Jahre für uns ziemlich irrelevant waren. Aber viele, viele Jahre und Jahrzehnte lang sehr zentraler Teil der Industrie. Sie haben Playstation Home entwickelt als Service für Sony. Und wenn man zu den Spielen guckt, die vielleicht uns dann eher im Hardcore-Bereich betreffen, da sind sie verantwortlich gewesen früher für sowas wie The Getaway oder am aktuellsten für das Playstation-VR-Game Blood & Truth. Die waren in den letzten Jahren ein VR-Studio. Haben aber in den letzten Jahren dann auch eine neue IP entwickelt. Das sollte ein Fantasy-Spiel werden, das in London spielt, im modernen London und halt natürlich ein Service-Game sein. In den Berichten, die ich dazu gelesen habe, war quasi die Ansage, die hatten da große Freiheiten, das zu entwickeln. Und es ist auch nicht so, dass sie irgendwelche Milestones verpasst hätten oder sonst irgendwas. Aber sondern sie haben halt quasi von sich aus versucht, dieser internen Vorgabe, mehr Online, mehr Service-Games zu machen, dieses Genre gewechselt. Deswegen aber natürlich auch einfach die natürlichen Probleme, die ein Studio halt hat, wenn man ein komplettes Genre und die Infrastruktur, mit der man es entwickelt, verändert. Und deswegen war es auch noch ein paar Jahre raus. Das Studio wurde nun geschlossen. Ein kleines Schmankerl noch dabei, Tom. Fünf Tage vor der Schließung gab es einen Besuch von Jim Ryan, wo auch die Mitarbeiter lustige, lachende Selfie-Bilder mit ihm zusammen auf Twitter gepostet haben. Und fünf Tage später hat er dann online angekündigt, dass all diese Leute jetzt ihre Jobs verlieren. Das wusste er bestimmt dann auch nicht, Robin. Nee, nee, nee. Der Allgemeine, das wurde ihm beauftragt von den Bösen da oben. Es gibt ja immer noch eine Gruppe, die weiter oben ist, auf die man zeigen kann. Das wusste er bestimmt nicht. Nein, nein, nee. Ja, also reiß es alles ab, Robin. Also was ein Schwachsinn, ein Studio zu schließen, das seit 2002 existiert und zu den ikonischen Sony-Studios gehört, ist schon das eine. Aber dann auch noch so viele andere Leute zu entlassen, wegen dem verfehlten, absolut übertriebenen Zielen. Das ist ja immer das, was man sich im Hinterkopf bewahren muss. Wir haben ja gerade schon etabliert, die haben richtig Kohle gemacht. Und auch die PlayStation 5 verkauft sich richtig gut. Es ist nicht so, dass gerade irgendwas unerfolgreich ist bei PlayStation. Es ist nicht so, dass irgendein Fehlschlag hinter uns liegt, der jetzt eine Kurskorrektur erfordert. Nein, es ist einfach nur dieser unsägliche, lebenszerstörende, konstante Wachstumsdrang, den diese Industrie hat und den alle Firmen unterm Kapitalismus haben, die am Aktienmarkt sind. Oder auch nicht, also die generell diesem Gedanken folgen von Wachstum ist das Ziel und alles andere ordnet sich dem unter. Und weil da jetzt irgendwelche Ziele verfehlt wurden, wird jetzt gesagt, na, jetzt müssen wir halt ein bisschen korrigieren. Jetzt müssen wir Kosten einsparen, damit dann im nächsten Quartal die Zahlen wieder ein bisschen besser aussehen für die Leute. Und das passiert so komplett unabhängig von irgendeiner Empathie für die Leute, die da tatsächlich arbeiten, für die Schicksale, die da dranhängen. Und auch komplett unabhängig von irgendeiner Sinnhaftigkeit. Von tatsächlichen marktwirtschaftlichen Erfolgen, weil wir reden ja auch über Layoffs bei Naughty Dog, bei Insomniac, bei Guerilla. Bei den Studios, die die erfolgreichsten, meistverkauftesten, rekordbrechendsten Spiele immer und immer und immer wieder produzieren. Es gibt einzelne EntwicklerInnen bei Naughty Dog, wo ich gesehen habe, die da teilweise seit 20 bis 30 Jahren gearbeitet haben, die jetzt gefeuert wurden. Die an der gesamten Formierung dieses Studios als dieses Firmen-tragende Ding beteiligt waren. Das ist ja auch, finde ich, ganz wichtig zu beobachten, dass es halt nicht darauf ankommt, Ja, naja, guck mal, London Studios hat jetzt seit fünf Jahren kein Spiel veröffentlicht und die waren halt nicht so erfolgreich. Was sollen sie sonst machen? Ja, okay, und was ist der Grund dann bei Guerilla, dass dort 10 Prozent aller MitarbeiterInnen gefeuert wurden, 40 Leute? Kannst du mir, glaube ich, weniger gut erklären, was der Grund bei denen oder bei Insomniac oder bei Naughty Dog ist. Es ist halt neben diesen verfehlten Zielen, die dort angegeben wurden, es sind hier wirklich die Profitmargen, glaube ich, die ganz essentiell der Grund dafür sind. Denn das war tatsächlich auch etwas, was der Chef von Sony Interactive Entertainment Hiroki Totsoki vor einigen Wochen gesagt hat. Über diesen Investor Call haben wir auch gesprochen, wo es um dieses Verfehlen des Wachstums ging, beziehungsweise nicht genügend Wachstum. Da hat er tatsächlich auch konkret als Ziel angegeben, dass halt die Profitmargen erhöht werden sollen, die jetzt bei so sechs Prozent liegen, weil halt die Revenue immer und immer und immer weiter hoch geht und absurde Maßnahmen, aber auch die Kosten gehen hoch. Deswegen wollen sie die Kosten drücken, um halt ja zumindest über in den zweistelligen Prozentbereich zu kommen, der Profitmargen. Aber wie gesagt, ich möchte dabei trotzdem anmerken, ich habe das einfach mal verglichen. Ich habe da die Seite tweakedown.com genutzt, die da sehr schöne Graphen erstellt haben, um das zu vergleichen. Neun Prozent Profitmarge 2021 ist immer noch weniger Geld und Profit gewesen, als sechs Prozent Profitmarge dieses Jahr oder dieses Quartal war. Einfach, weil so viel mehr eingenommen wurde. Weil so viel mehr eingenommen wurde, ganz genau. Das will ich dann nur nochmal dazu sagen. Ja, ich habe es bereits erwähnt, nicht nur London Studio, sondern auch so die gesamte Firmenstruktur, auch die größten Studios mit Naughty Dog, mit Insomniac, mit Gurria waren betroffen. Einige Spiele wurden auch gecancelt. Wir haben bereits das von London Studio erwähnt. Ein weiteres gecanceltes Spiel ist von Fire Sprite Games. Das ist das Studio, was aus der Schließung von Sony Liverpool hervorging, das ein ebenso ikonisches Sony-Studio war, die für die Wipeout-Serie zum Beispiel verantwortlich waren. Da haben sich dann wesentliche Leute als Fire Sprite neu formiert, haben dann eine Weile für Sony-Spiele entwickelt und wurden dann schließlich aufgekauft von Sony vor drei Jahren, was glaube ich. Es müsste 2021 gewesen sein. Die haben an einem ebenfalls Live-Service-Titel gearbeitet, denn das ist ja die Sony-Angabe, und zwar im Twisted Metal-Universum, beziehungsweise in dem Franchise. Das wurde ebenso gecancelt. Fire Sprite selbst wurde aber nicht geschlossen. Ja, aber mein Gott, also was für ein Rundumschlag das dann doch noch war, ne? Voll, voll. Also, dass es sich nicht nur auf so ein Studio beschränkt oder so, sondern wirklich dieses, nee, eigentlich fast schon das, was ja auch eine Embracer oder so gemacht haben, die dann gesagt haben, nee, wir müssen überall ran. Nur halt hier mit einer ganz anderen Grundlage. Ja, mit einer ganz anderen Historie, die ja auch zerstört wird. Und ich finde, diese News ist so ein bisschen der Abschluss dieser Zerstörung der eigenen Legende oder beziehungsweise der eigenen Historie, was halt Sony zu dem gemacht hat, was es mal war. Was begann mit der Schließung von so Japan-Studio oder Sony Liverpool und jetzt so mit dem Ende von Sony London sind halt wesentliche, also Bereiche dieser alten Teams, die für diese alten Serien, für dieses quirky Sony auch standen, ne? Okay, wir machen jetzt sowas wie Eitoy, wir machen sowas wie halt SingStar oder halt, wenn wir die ganzen Japan-Studio-Spiele gucken, dass die halt mittlerweile alle weg sind und geschlossen wurden. Und dass, wenn es sowas wie gibt, wie Fire Sprite Studios, die halt im Wesentlichen so verändert wurden, dass von denen nichts mehr übrig ist, Tom, wenn, denn das ist etwas, was ebenfalls berichtet wurde. Da gab es einen ausführlichen Report von Eurogamer, die über die Arbeitskultur bei Fire Sprite berichtet haben. Erneut, das ist das Entwicklerstudio von Horizon Call of the Mountain und früher Sony Liverpool, die wurden aufgekauft während der Entwicklung von Horizon Call of the Mountain von Sony. Und im Zuge dessen wurden dann zahlreiche Veränderungen beim Entwickler umgesetzt. Es gab jetzt, also die sind auch von den Layoffs betroffen. Bereits vor den Layoffs gab es bereits aber umfangreiche Kündigungen. Bis auf einen sind alle Gründer des Studios, haben mittlerweile das Studio verlassen. Laut der Aussage einiger der EntwicklerInnen gibt es da einige Skepsis, dass das freiwillig passiert ist, weil es halt so Meetings gab, wo quasi über die Zukunft geredet wurde und was einer der Gründer so vorhaben und was der Plan sei und das und das. Und quasi zwei Tage später hat er gesagt, ich werde übrigens nicht mehr ins Büro kommen, tschüss. Ersetzt wurden die von zwei neuen Führungspersonen von Sonys Support Studio X-Dev. Die bekommen so Bezeichnungen wie Bullies und Tyrannen von den EntwicklerInnen in diesem Artikel und hätten das Arbeitsumfeld so komplett verändert. Es gab wohl 13 offizielle Beschwerden bei Human Resources wegen Alters- und Geschlechterdiskriminierung. Alle 13 Beschwerden wurden von Sony als Missverständnis aus dem Weg geräumt und ohne Konsequenzen zu Ad acta gelegt. Daraufhin haben dann einige dieser Leute, die diese Beschwerden getätigt haben, mit einer Klage gedroht intern, woraufhin Sony sie mit wesentlichen Geldsummen wohl davon überzeugt hat, doch nicht zu klagen. Also quasi da gab es einen Payout, um eben eine Klage abzuweisen. Wenn man sich die Glassdoor-Reviews anguckt, sind die alle desaströs für Firesprite und für Horizon wurde wesentlich gecruncht natürlich auch. Und es gab so eine schöne Anekdote, die zeigt, wie sehr dieses Studio quasi von innen heraus irgendwie auseinandergenommen wurde. Nach Horizon gab es dann sogenannte Staff-Reviews, wo halt die HR-Manager oder generell die Manager halt eben Bewertungen für die einzelnen EntwicklerInnen abgeben, worauf basierend dann Beförderungen ausgesprochen werden oder Gehaltserhöhungen oder auch quasi Warnungen. Und es gab da die Anekdoten, dass halt diese Staff-Reviews durchgeführt wurden von Leuten, die überhaupt nicht miteinander gearbeitet haben. Dass man quasi bewertet wurde von Managern, die einen überhaupt nicht kannten, weil so viele Leute gekündigt haben, dass es keine Leute mehr gab, die sonst die Staff-Reviews machen konnten. Was natürlich auch kein gutes Zeichen ist. Also on-live-Support wird dieses Studio bezeichnet. Ein sehr, sehr krasser Report von Eurogamer zu einem Studio, was es jetzt noch gibt, was nicht geschlossen wurde, nämlich Firesprite. Ja, muss das frustrierend sein, einerseits dort zu arbeiten, auch bei den anderen Studios von Sony zu arbeiten, aber das klingt ja dann noch nach so einer zusätzlichen Ebene von Missmanagement und so einem kompletten unter den Tisch kehren von einer Vielzahl an Beschwerden, komisch, das waren alles Missverständnisse. Also 13 Mal, also es sind eine sehr dumme Belegschaft, die sind einfach, die verstehen ständig Sachen falsch. Ja, die können nicht mit Englisch sprechen, Tom. Ja, genau. So, und außerdem, Karl, du kommst jetzt hier mal zur Staff-Review, aber ich heiße Jim. Naja, egal. Aber Jim Ryan möchte das nicht, du heißt jetzt Karl. Ja, genau. Es kann nur einen Jim geben. Ja, also das ist im Fall von Firesprite nochmal extra frustrierend und finde ich auch ziemlich überraschend, weil ich hatte Firesprite halt gar nicht, ich wusste jetzt nichts über die Kultur von Firesprite und was das für ein Studio ist oder sowas. Ich habe einfach nur dieses letzte Spiel gespielt, das VR Horizon und habe das sehr genossen und jetzt zu erfahren, dass das im Hintergrund von so einem schlechten Arbeitsklima entwickelt wurde, ist sehr bedauerlich. Und ich glaube aber, dass dieses schlechte Arbeitsklima, ich hoffe natürlich nicht die Belästigung oder sowas, aber dass es zumindest keinen wahnsinnigen Spaß machen kann, momentan bei diversen Studios von Sony zu arbeiten, an Spielen und Genres, an denen du eigentlich gar nicht arbeiten willst potenziell, mit dem Wissen oder dem Ungewissen, dass du, wo du halt nicht weißt, okay, ist dieser Job sicher, den ich hier habe? Weil, keine Ahnung, ob das funktioniert, was wir hier gerade machen, wenn du dir die Industrie anguckst, die sich gerade verändert und auch die Games-as-a-Service-Sachen, die ja einfach jetzt auch gerade nochmal groß gescheitert sind mit Suicide Squad, das kann keinen Spaß machen. Ja, ganz genau. Übrigens eine lustige Anekdote, die ich noch reinbringen will als letztes dazu, ist, dass halt dieses Ex-Dev Support Studio, das ich erwähnt habe, von Sony intern, wo die Manager von Carmen, dass das wiederum auch mal hervorging aus Psygnosis. Was wiederum der Vorgänger, aus dem dann Studio Liverpool war und aus Studio Liverpool wiederum, kam dann wiederum via Sprite und dort kamen dann die Ex-Dev-Leute, die dann die Studiokultur zerstörten. Das, finde ich, ist eine sehr interessante Sache. Ach, aber strange. Ich würde dir aber zustimmen, dass Sonys, das Gefühl von Sony in seiner, was seine Playstation-Sparte angeht, hat sich in den letzten Jahrzehnten wirklich krass verändert. Auch so aus rein subjektiver Ebene, weil diese kleinen Experimentierspielchen verschwunden sind. Generell so ein bisschen dieses Verspielte ist teilweise verschwunden. Es ist, inzwischen drin blitzt es mal wieder so auf, wenn du dann dieses Astro Bot hattest, direkt zum Launch von Playstation 5 als Dreingabe, als eine Art Demo für die neuen Features der Konsole, wo das halt wieder drinsteckt. Und ansonsten hast du diese super teuren AAA-Projekte, wo ja jetzt auch viel diskutiert wird über die Sinnhaftigkeit dieser unglaublichen Kosten, die hinter zum Beispiel einem Spider-Man 2 stecken, weil wir halt da diese malicious Leaks hatten in der Vergangenheit und das jetzt wissen. Aber es ist halt auch, finde ich, ein total interessantes Thema, weil Spider-Man 2 noch mal so viel teurer war als Spider-Man 1 und du dir denkst, ja, warum eigentlich? Wozu denn? So. Und dass das halt auch gar nicht sein muss und dass es viel, viel schöner wäre, ich fände eine AAA-Industrie viel, viel schöner, wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so triple ist, weißt du, wenn da mehr Spiele, generell mehr Spiele entstehen würden, also mehr Projekten auch eine Chance gegeben würde, die halt auch auf einem kleineren Maßstab stattfinden können. Und da finde ich tatsächlich dann, da kann ich dann zumindest so ein bisschen zu Microsoft gucken und zu Spielen wie Pentiment oder einem Hi-Fi-Rush oder sowas. Weil ich das halt die viel spannenderen Projekte finde als das nächste große, was auch immer Naughty Dog macht, ne? Also, aber wir wissen halt eigentlich schon, was Naughty Dog macht. Es wird wahrscheinlich einen Third-Person-Action-Adventure, entweder eins, das sehr traurig ist oder ein Abenteuer. Ja. Aber wahrscheinlich nichts groß anderes, ne? Es wird in die Uncharted Last of Us Richtung gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Das wäre cool, wenn es was anderes wäre. Es gab ja auch Sci-Fi-Gerüchte, aber auch das ist dann natürlich immer noch ein Abenteuer. Aber selbst wenn sie ein Sci-Fi-Spiel machen, wissen wir immer noch, was das für ein Spiel wird. Die machen jetzt nicht mit Ribbon. Das ist ja der Punkt, ne? Ja, genau. Muss ja auch gar nicht so ins Extrem gehen, aber einfach mal so mehr als eine Farbpalette mit mehr als sechs Farben. Genau. Oder halt nur zwei Farben. Oder null Farben eigentlich. Ja, genau. Ribbon ist toll, wollen wir damit sagen. Spielt Ribbon. Ich hab Ribbon nie gespielt, aber ich finde einfach die Idee dahinter cool. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Aussage, die du da auch hast oder der ich mir auch anschließen würde, ist ja dieses Ding, was Sean Layden damals, ich glaube, was auf der E3 gesagt hat, wo er über Ribbon sprach und das Zitat war da, It wasn't a million seller, but that wasn't the point. Es war kein Millionseller, aber das war auch gar nicht der Punkt, dass es das werden sollte. Und diese, also allein dieser Satz, dass den jemand sagen könnte im Jahr 2024, zehn Jahre später, das wirkt unmöglich. Es wirkt unmöglich, dass diese Herangehensweise noch eine auch nur akzeptierte Ansicht sein könnte bei Sony. Und das ist schade. Und das schadet dieser Industrie sehr. Und das schadet Sony selbst auch sehr. Hoffen wir einfach mal, dass sie es durch diesen schlimmen Schritt jetzt schaffen, in den nächsten Jahren in ihre, ja, also mindestens, sag ich mal, sechs Milliarden Dollar Profit in einem Quartal zu machen. Ja, die arme, gebeutelte Firma. Wirklich, 1,2 Milliarden Dollar in drei Quartalen zusammengenommen. Wenn, ganz ehrlich, wenn wir das bei Hooked machen würden, hätte ich schon längst gekündigt. Also, das ist so wenig. Ich wüsste gar nicht, wie ich... Du meinst, du hättest mich entlassen. Ich hätte dich, ich möchte, ja, 50 Prozent direkt raus. Ganz genau, das ist ja die einzig logische Konsequenz. Es geht weiter, Tom, mit Nachrichten genau dieser Couleur. Wir haben nämlich Electronic Arts, die ebenfalls Mars Layoffs angekündigt haben. Man muss sagen, die weiteren Mars Layoffs. Denn im letzten Jahr, im März, wurden bereits 775 MitarbeiterInnen entlassen. Nun, die Nachricht, EA feuert weitere 670 MitarbeiterInnen, wodurch wir insgesamt auf knapp 1500 Menschen kommen, die ihren Job verlieren. Hey, ganz apropos, ohne weitere Connection, einmal gucken, was hat ein EA eigentlich so für Geld gemacht in letzter Zeit? Net Income, Tom. Net Income. Weißt du, was an Net Income schön ist? Net Income ist alles abgezogen. Ich habe ja gerade gesagt, beim Operating Profit, da muss man noch Steuern von abziehen. Weißt du, 1,2 Milliarden, weißt du, was der da für Steuern bezahlt? Der scheiß Staat, der will so viel Kohle dafür haben. Da kann ein Jim Ryan gar nicht mehr von leben. Und hier haben wir das Schöne bei Electronic Arts. Da haben die tatsächlich in ihren Financial Documents, die ich tatsächlich durchgescrollt habe, ihr Net Income angegeben, was ebenfalls sowas wie Steuern bereits abgezogen hat oder Zinsen, die sie bezahlen müssen. Und Tom, da sieht es düster aus. 2023 hat EA da nämlich gerade mal 1,1 Milliarden US-Dollar eingenommen. Und das ist krass. Und das hat auch Andrew Wilson nochmal in einem persönlichen Kommentar am 30. Januar bestätigt. 30. Januar 2024 war, es gab halt Financial Reporting. Da sagte Andrew Wilson, our incredible teams delivered a strong Q3 and entertaining hundreds of millions of people across our portfolio, driving deep engagement and record life services. Sodass dann tatsächlich natürlich als einzig logische Konsequenz nun steht, dass 1.500 Leute ihren Job verlieren mussten. Naja, also finde ich ist ein logischer Schluss und auch definitiv eine Realität, in der ich leben möchte. Weil in was für einer Fantasie, was das alles für Fantasiegespinste sind. Also wirklich dieses, ich komme da gar nicht drauf klar. Also es ist ja auch nicht nur die Gaming-Industrie, die logischerweise darunter leidet. Es ist halt die, mit der wir uns beschäftigen, aber uns ist auch bewusst, dass das gerade in anderen Tech-Bereichen vor allem auch natürlich ein Gesprächsthema ist. Aber wie realitätsfremd das ist und um wie viel Geld es da geht und wie erfolgreich diese Firmen sind und dass mit diesem Geld ja auch oft nichts geschieht. Das ist ja da, um sich zu vermehren und das ist, weiß ich nicht, da muss ich disassoziieren, damit ich da noch drüber reden kann oder noch leben kann. Deswegen fand ich das jetzt so wichtig, das einfach mal so einen kleinen Fokus da drauf zu setzen, weil es ja, also wir reden ja ganz darüber, der Industrie-Crash und es geht allen so schlecht und diese ganzen, es macht jedoch genau diesen Eindruck. Aber wenn man in die Zahlen geht, natürlich gibt es auch Firmen, denen es denen schlecht geht, aber wenn man in die Zahlen geht und der großen Firmen bei Microsoft, bei Sony, bei EA, all diese Firmen, keine von denen geht es schlecht, keine von diesen Firmen macht Verlust, keine von diesen Firmen ist zusammengebrochen in den letzten Jahren oder sonst irgendwas in der Art. Das ist einfach der Eindruck, den man gewinnt und die einzige Erklärung, die logisch erscheint. Deswegen wird sie so ein bisschen einfach als gegeben angesehen. So, ja gut, was sollen sie sonst machen? Du hast halt ganz, ganz viele Leute eingestellt, absurd viele während Covid. Jetzt brechen die Einnahmen ein, dann musst du sie halt wieder loswerden. Dann guckst du auf die Einnahmen und denkst dir so, oh, oh, warte mal. Das ergibt ja, hmm. Und dann kommst du genau da an, was du gerade berichtet hast, da merkst du quasi, dass es unterschiedliche Realitäten gibt, in denen man lebt. Wenn man halt außerhalb dieser Firmenstruktur und dieser aktienfokussierten Industrieführung geht und das wäre, ist wichtig im Kopf zu behalten, um vielleicht auch so ein bisschen die, also eine gewisse gesunde Wut über diese Entscheidung in sich zu behalten. Weil ich finde, das sollte man, das sollte man schon noch in sich haben und nicht irgendwie daran den Eindruck gewinnen, ja, das sind halt logische marktwirtschaftliche Entscheidungen, die ja nicht anders gehen. Nö, das sind schon Leute, die da sitzen, Millionäre und Milliardäre, die entscheiden, dass das nötig ist und das ist nicht alternativlos. Es gibt noch ein paar weitere, ja. Ich glaube, den Zorn dem Kapitalismus gegenüber, vor allem in dieser Art von Auswuchs, den, das ist ein sehr gerechtfertigter Zorn. Ja, und auch den Zorn durchaus, den ich halt für wichtig und für sinnvoll halte, ist halt wirklich, es ist nicht nur das System, es sind Leute, die das System, die hinter dem System stehen, die Andrew Wilsons dieser Welt. Also es ist jetzt kein Roboter, der an der Spitze sitzt und sagt, so, ich mache jetzt die Entscheidung. Oh, 900 Leute weg. Sondern es sind Menschen, die diese Entscheidung treffen. Aber die haben halt diesen Brain-Rod von, nee, nee, das ist ja richtig so. Das ist ja, die Zahlen schreiben das ja vor. Ja. Es ist ein Andrew Wilson, der am 30. Januar halt seine Pressemitteilung unterschreibt, wo er die Rekord-Ergebnisse und die unglaublich geilen Quartalergebnisse letzten Jahres betont. Und dann einen Monat später die Realitäten der Industrie benennt, warum man halt tausend Leute entlassen muss. Oder in diesem Fall 670, Entschuldigung. Nee, es ist was, es hat was Performatives. Dieses, ja, wir lassen jetzt Leute hier gehen, damit die Leute, die in uns investieren, merken, ah, okay, da passieren Dinge. Ja, ganz klar. Ah, okay, da werden Sachen angepasst, da werden auch mal die harten Schritte genommen, damit die Profite hochgehen und die Zahlen besser aussehen. Deswegen sage ich ja, es ist eine andere Realität. Ja, es gab noch ein paar weitere Einzelheiten auch hier zu EA. Innerhalb dieser Pressemitteilung wird offiziell ein Fokus weg von lizenzierten Projekten angekündigt und ein Fokus auf eigene IP, auf Sport und auf Online-Communities. Oh, weird. Ja, es gibt immer noch zahlreiche lizenzierte Projekte. Die Marvel-Spiele sind weiterhin in Entwicklung, soll heißen das Black-Panther-Spiel und das Iron-Man-Spiel. Auch Jedi Survivor wird weiterhin ein Sequel bekommen, einen dritten Teil in der Jedi-Reihe. Aber es soll wohl halt von jetzt in der Zukunft eben nicht mehr so viele, wenn überhaupt, lizenzierte Projekte geben. Was ja auch ein krasser Kontrast ist zu dem Deal, den wir vor, weiß ich nicht, zwölf Jahren hatten, wo EA die exklusiven Star-Wars-Entwickler kurze Zeit wurden. Und jetzt halt vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren von dem Jahr, weiß ich nicht, das ist gar nicht so lange her, als die Marvel-Spiele angekündigt wurden. Das sind ja alles neue Projekte und dann sind wir ein Jahr später und schon wieder, ja okay, jetzt machen wir alles komplett anders wieder aus Gründen. Aber das sagt einem, finde ich auch ganz gut, dass es in zwei Jahren auch wieder komplett anders aussieht. Absolut, genau. Also das ist ja alles nicht in Stein gemeißen, ja nächsten Monat vielleicht sogar schon. Also um einmal, also wir können hier mal genau die Geduld und die Weitsicht benennen, die Andrew Wilson und Co. hier haben. Im September 2022, Tom, das sind anderthalb Jahre, wurde ein Studio namens Richline Games eröffnet, komplett aus dem Boden gestampft, von Grund auf neu aufgemacht von EA und zu der Führung von unter anderem, ähm, äh, wie ist der vor? Ich hab den nur im Nachnamen aufgeschrieben. Ich glaub, es war Mark Leto, äh, also es war einer der auch Führungspersonen bei Bungie, der an der Erschaffung von Halo, ähm, äh, mitverantwortlich war. Ähm, und, äh, die wurden, wie gesagt, im September 2022 gegründet, spezifisch für ein Projekt, nämlich um ein Narrative-Game, ein Fokus aufs Narrative gelegene Battlefield-Spiel entwickeln. Also, ich würd's jetzt mal als Singleplayer-Battlefield bezeichnen, aber es kann ja auch sein, dass es Koop ist oder online oder so, aber halt ein Spiel mit einer Kampagne. Deswegen wurden sie aus dem Boden gestampft, um das zu entwickeln. Äh, im Zuge dieser News, der Layoffs, das Studio ist geschlossen. Eineinhalb Jahre später komplette Studio zugemacht, ähm, äh, bereits im Januar diesen Jahres verließ einer der zwei Gründer des Studios, äh, das Studio, um zu 343 Games, zu Microsoft zu wechseln, ähm, und, äh, dann ein paar Wochen vor dieser Ankündigung verließ auch Leto, die, äh, Firma, ähm, und, äh, Man wusste nicht so ganz, wieso, jetzt sieht man, das ganze Studio wurde geschlossen. Ups. Ähm, das Spiel ist aber weit in Entwicklung, das Narrative-Game im Battlefield-Universum, das wurde nämlich zu Criterion gegeben, seltsamerweise, die ja ein Support-Studio sind für Battlefield, vielleicht schon seit Jahren, die ja eigentlich an den Need-for-Speed-Spielen hauptsächlich arbeiten sollen, aber die entwickeln jetzt auch als First, also als Studio halt ein Battlefield-Singleplayer-Game. I guess. Das ergibt alles Sinn, Tom, das ist total clever durchdacht. Ja, ich frag mich, ob das jetzt auch so eine, so ein Ergebnis ist von, okay, wir müssen Kosten einsparen, oder ob da irgendwas beim Studio passiert ist, das wir vielleicht noch nicht wissen, dass irgendwie Sachen nicht funktioniert haben oder so, weil das wirkt so random. Also es ist schon, also es ist auf jeden Fall so oder so ein unglaubliches Management-Fail nach anderthalb Jahren, weißt du, was für Kosten das sind, um ein Triple-A-Studio, die ein Battlefield-Spiel entwickeln soll, aus dem Boden zu stampfen, dann anderthalb Jahre später zu schließen? Meine Fresse. Respawn hat's halt genauso erwischt in dem Sinne, dass sie auch Leute verloren haben, da wurden zahlreiche Leute gefeuert und im Zuge dessen wurde bei ihnen tatsächlich ein Spiel gecancelt und zwar ein lineares First-Person-Singleplayer-FPS, ein First-Person-Shooter, wo man einen Bounty Hunter im Star-Wars-Universum gespielt hat, einen Mandalorian, aber nicht den Mandalorian, also es war kein Mandalorian-Serien-TV-Spiel, sondern man hat einen Mandalorianer gespielt, der halt ein Bounty Hunter war, ein Kopfgeldjäger. Da gab es einen Report von Insider Gaming, die diverse Details zu dem Spiel benannt haben. Es war, wie gesagt, ein Spiel mit einer linearen Level-Struktur, mit größeren Arealen dazwischen und einem Hub, zu dem man zurückkehrt, einem Raumschiff, an dem du dann upgradest und sowas tätigst. Sehr fast-paced, dank dem Jetpack, den das der Mandalorianer hatte, mit Takedowns, wie man sie aus Doom kennt und mit bisher laut Insider Gaming ausschließlich sehr positiven Playtests in extern und intern. Und wenn ich daran denke, dass fucking Respawn ein Doom-ähnliches, Fast-Pace, First-Person, lineares Shooter-Game entwickelt hat, mit Jetpack, dann krieg ich einen Rappel, Tom. Ja, die beim Studio arbeiten bestimmt auch. Ja, naja, ist ja kein Problem für die, die arbeiten da nicht mehr. Die müssen sich ja nicht mehr kümmern, Tom. Die wohnen ja gefeuert. Ja, hast recht. Jetzt haben sie ja keine Sorgen mehr. Die können ja bestimmt einen einfachen neuen Job in dieser Industrie führen. Die müssen sich ja keine Sorgen mehr ums Star-Wars-Spiel machen, ist ja nicht mehr jedes, ja, also erneut immens frustrierend. Das zieht sich so ein bisschen durch diesen Podcast, weil halt mit Jedi sie ja eine Verbesserung hinbekommen haben, vom zweiten Teil auf den ersten Teil. Und da bin ich auch interessiert am dritten, weil Stick Asmus ja auch gar nicht mehr dort ist. Also es wird ja dann auch unter neuer Führung passieren. Und ich frage mich, ob das ein paar Änderungen mit sich bringt und vielleicht auch das Spiel ein bisschen auflockern könnte. Falls es nicht bis dahin auch gecancelt wird, muss man ja jetzt immer dazu sagen. Aber auch dieser Shooter, der finde ich klingt vom Gameplay her interessant. So grundsätzlich brauche ich jetzt nicht noch mehr Star Wars oder ein Bounty Hunter Spiel. Ist jetzt nicht so, dass ich da sofort sage, oh ja, das Szenario finde ich total interessant. Aber da ist es eher dieses Ding von wegen, ja, das ist halt ein Shooter von Respawn. Und deswegen ist es interessant. Das ist eigentlich ganz genau, bin ich tausendprozentig bei dir. Das liegt einfach, also selbst bei Respawn dachte ich mir, ja gut, die haben jetzt auch Apex Legends gemacht, das brauche ich jetzt nicht. Aber als ich dann diese Beschreibung mir gelesen habe, die ich jetzt nur kurz zusammengefasst habe, dachte ich mir schon so, oh, das klingt exakt nach meinem Shit. Das wird jetzt niemals das Licht der Welt erblicken. Mal gucken, wie es mit den anderen lizenzierten Spielen aussieht, ob sie diesen Change in Direction überleben werden. Aber bisher sieht es erstmal so aus. Tom, wir haben noch einmal Layoff-News, die letzten für heute, aber noch lange nicht die letzten Industrie-News, die Industrie-Internen-News. Aber Deck 9 sind ebenfalls wieder mit dabei. Auch da gab es bereits im letzten Jahr, nämlich im Mai, die Nachricht, dass 30 Mitarbeiter entlassen wurden. Deck 9, das sind die EntwicklerInnen von Life is Strange True Colors oder auch The Expanse, dem Spiel, was den Untertitel trägt, A Telltale Game. Aber es wurde entwickelt mit Deck 9 tatsächlich zusammen, die auch so die Führung in der Entwicklung übernommen haben. Die haben auch die Life is Strange Remaster entwickelt, die letztes oder vorletztes Jahr rauskam. Wie gesagt, im Mai gab es da bereits die Entlassung von 30 Mitarbeitern. Jetzt die Nachricht, noch einmal etwa 30 Mitarbeiter entlassen, noch einmal 20 Prozent des Studios. Also das hat sich jetzt auch so ungefähr halbiert in der Zeit seit Anfang letzten Jahres. Worstening Marketing Conditions, mehr Nachrichten, mehr Details gibt es dazu gerade nicht. Das ist das Übliche, aber ich würde dann halt davon ausgehen, dass die Expanse nicht so erfolgreich war. Den Eindruck habe ich ja auch, ja. Das habe ich immer noch installiert auf dem PC, das muss ich immer noch spielen. Aber ich bin ja Expanse-Fan der Serie, ich mag die echt gerne, ist eine richtig tolle Sci-Fi-Serie, kann ich euch allen da draußen sehr empfehlen, die auf Hard Sci-Fi stehen. Ist richtig, richtig toll. Aber selbst ich habe dann so bei dem Spiel gedacht, so, ja, weiß ich nicht. Diese lizenzierten Telltale-Spiele, so, I got it. Ja, mir fehlt der Zugang zu die Expanse, aber ich glaube auch, das hat sich vielleicht so ein bisschen selbst überlebt, dieses Konzept von, ja, okay, du machst dann hier zu einer existierenden Franchise. Aber ich glaube, die Expanse ist auch in meiner Wahrnehmung jetzt nicht riesig. Und dann nimmst du dir sowieso schon eine eingeschränkte Zielgruppe, von der dann ja auch nur ein Teil überhaupt Interesse haben an einem Videospiel und dann auch an so einem Videospiel. Und das soll ja gut sein. Also, ich habe ja gute Sachen gelesen über das Spiel. Also, deswegen finde ich es dann auch noch mal so schade, dass das dann den Erfolg nicht bekommen hat. Aber mich zieht tatsächlich momentan zumindest relativ wenig zu diesem Spielkonzept. Ich glaube aber auch, dass ja die Reaktion, und das ist jetzt nicht an konkrete Zahlen gebunden, aber es wirkte auf mich, als ob die Reaktion bei Star Trek nicht ganz anders war. Aber es gab ja, zu einem sehr ähnlichen Zeitpunkt kam ja auch das Star Trek Telltale-Spiel raus von einem anderen Studio, was aus Telltale hervorging. Und auch dadurch das Gefühl, ja, erscheint jetzt halt. Ich meine, das Problem dieser Spiele ist dann ja auch, dass sie eben nicht auf die enthusiastische Reaktion stoßen, sondern die Reviews dann immer eher sagen so, ja, das war ganz okay. Und ich glaube, das reicht dann halt nicht. Ja, wir kriegen halt, glaube ich, nicht noch mal oder zumindest nicht in absehbarer Zeit noch mal so ein Ding hin wie The Walking Dead, was wirklich diese Wellen geschlagen hat, weil halt da gerade die Serie groß wurde und parallel kam dann dieses Spiel und war auch richtig gut und alle haben drüber geredet und mitgefiebert mit der Story. Das war, das hat sich fast schon wie so ein Event angefühlt und das halte ich für schwer zu replizieren. Ich glaube auch. So, eine Industrienachricht, die jetzt nicht konkret mit Layoffs zusammenhängt, sondern tatsächlich eher, also es sind positive Nachrichten in einem negativen Kontext. Dass es überhaupt, dass es überhaupt gibt, ist schlechte Nachricht, aber dass das das Ergebnis ist, ist positiv. Toys for Bob haben nämlich angekündigt, dass sie unabhängig werden. Sie werden künftig ein Indie-Entwickler. Toys for Bob, das sind die EntwicklerInnen von Crash Bandicoot 4, von den Skylanders Spielen oder auch den Spyro Remastern, also dieser Trilogie, die da erschien. Und sind natürlich Teil von Activision Blizzard gewesen, ein First-Party-Studio, das halt einfach von denen gekauft wurde, die dann auch zu einem Call-of-Duty-Support-Studio gemacht wurden, die dann ebenfalls mit eingekauft wurden von Microsoft und dann ebenfalls direkt natürlich bei diesen unglaublichen Mass-Layoffs. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 1900 Leute betroffen von Microsoft. Da wurden dann 36 MitarbeiterInnen entlassen bei Toys for Bob und sie schlossen auch ihr Büro, wo man halt dachte, okay, das ist eine Schließung des Studios. Hat sie dann herausgestellt, nein, sie sind quasi auf Remote Work dann komplett umgestiegen. Und jetzt dann die News, tatsächlich verlassen sie Activision und Microsoft und sind künftig ein komplett unabhängiger Indie-Entwickler. Wir haben keine Nachrichten darüber genau gehört, wie das jetzt genau passiert ist. Das finde ich sehr interessant. Ich auch, weil meine erste Reaktion war, das geht. Ja, ganz genau. Also es muss da ja eigentlich einen Buyout gegeben haben. Normalerweise passiert sowas nur, wenn ein Studio sich freikauft, was wir auch gleich noch haben, davon weiterführend. Aber hier haben wir halt nur die offizielle Pressemitteilung und noch keine Reports außerhalb. Deswegen kann man darüber noch nichts genau sagen. Ein besonders interessantes Detail da aber. In dieser Pressemitteilung, in diesem Website-Artikel von Toys for Bob wird bereits angeteasert, dass man in Zukunft für das Spiel, das jetzt entwickelt wird, das in Zusammenarbeit mit Microsoft machen wolle. Was halt also eine wilde Sache ist, dass du ein Studio bei Activision bist, dann wird Activision von Microsoft gekauft, dann gehörst du zu Microsoft, dein Studio wird zur Hälfte gemeuchelt und alle Leute werden gekündigt, also die Hälfte deiner EntwicklerInnen. Dann kaufst du dich frei oder wirst frei gemacht, sodass du Indie bist. Und dann ist aber trotzdem Microsoft der Publisher, sodass sie ja scheinbar trotzdem Interesse daran haben, Geld in dich reinzustecken. Und das ist sehr verwirrend alles. Da bin ich sehr interessiert dran auf ausführlichere Nachrichten und ausführlichere Reports, was da jetzt, wie genau, warum passiert ist. Es klingt so, als ob die Microsoft-Nummer überhaupt das erst ermöglicht hat, aber das wissen wir halt nicht so richtig, wie genau das zustande kam. Grundsätzlich ist es aber natürlich schön, dass Toys for Bob aus dem Call-of-Duty-Trott raus dürfen und nicht mehr nur ein Support-Studio sind, sondern dann auch wieder eigene Spiele machen. Zumindest ist das ja die Hoffnung. Und in Kombination mit Microsoft dann ja vielleicht auch weiterhin mit Lizenzen, mit denen sie schon vertraut sind. Also vielleicht dann tatsächlich noch mal Spyro oder noch mal Crash oder so. Weil das war ja eine der frustrierendsten Sachen. Ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen, aber es ist noch halb betäubt, deswegen ist es nicht so schlimm. Bluten ist auf seinem Mund. Sag mir Bescheid, falls du siehst, dass ich ja nur Blut bin. Eine der frustrierendsten Sachen damals war ja, dass Crash 4 so beliebt war und es kam ja so gut an. Ich war jetzt nicht so der Riesen-Fan davon, aber das Spiel selber kam ja gut an. Und danach war es dann sofort wieder vorbei. Also, ne, wir haben jetzt vor kurzem dieses Crash-Team-Dingsi bekommen. Crash-Team-Rumble, genau. Das finde ich halt mega rätselhaft, das Spiel. Also, ich frage mich, was das soll. Das ist ja scheinbar auch ganz witzig, aber ich verstehe nicht ganz, für wen es ist. Da gab es gerade Nachrichten, dass das quasi keinen weiteren Support bekommt, aber nicht offline geht. Da kommt jetzt der nächste neue Patch und dann gibt es keine Unterstützung mehr, aber man kann es weiterhin spielen, was ich überraschend fand. Oh, cool. Ja, also, da bin ich ja immer glücklich drüber, wenn die Spiele nicht einfach verschwinden. Am besten Fall natürlich in Offline-Modus. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Crash ist. Es klingt eigentlich wie ein Spiel, was auch lokal funktionieren müsste. Ich weiß es aber einfach nicht. Bei Acht gegen Vier, weißt du, brauchst du viele Leute lokal. Ja, das stimmt natürlich. Ich weiß jetzt, ich finde einfach nur cool, dass wir Toys for Bob als Indie-Studio haben, die dann halt wieder ihre Individualität zurückbekommen, weil das ist ja das, was so kaputt geht mit der Art und Weise, wie Activision an ihre ganzen Studios rangegangen sind, weil sie so viele Leute hatten mit Raven Software und Co., die halt dann das Gleiche machen, nämlich in irgendeiner Form an einem der nächsten Call of Duties zu werkeln und dadurch ja komplett verschwinden eigentlich aus der Diskussion, aus der Spiele-Diskussion, weil man ja nicht mehr über das neue Projekt von Raven redet, sondern man redet über Call of Duty. Und das finde ich dann ganz schön, dass hier mal so ein Beispiel ist von, okay, es geht irgendwie auch anders, aber wie du schon sagst, ist es natürlich blöd. Und der Weg dahin war total blöd. Okay, Tom, dann kommen wir doch zu unserer wöchentlichen Lieblings, weißt du was, wir kommen gleich zu unserer wöchentlichen Lieblings-News-Abteilung, nämlich Embracer ist die schlimmste Firma der Welt und die Konsequenzen, die daraus kommen, sind industrieformend. Aber auch in diesem Falle tatsächlich in diesem Kontext positive News. Jetzt nicht für Embracer, aber für uns so ein bisschen. Wie die lauten, Tom, das hören wir gleich, denn weil wir so viele News heute haben, werfen wir eine kleine Werbepause jetzt früher ein. Und zwar genau hier, Tom. Ich habe nämlich, das freut mich, dir zu berichten, ein paar Nachrichten zu Holy. Holy ist wieder am Start. Wir freuen uns alle, oder? Eine Oase in der Wüste dieser deprimierenden Videospiel-Nachrichten. Endlich kommen wir mal zu was Gutem. Genau, denn Tom, das Wetter wird wieder schön draußen. Endlich können wir über das Wetter reden. Aber es ist wirklich so. Ich habe tatsächlich gestern direkt am Sonntag ein Bild von meinem Vater bekommen, wie er auf der Terrasse oben ohne saß, als ob er auf Mallorca sitzen würde. Und ich habe mir dieses Bild angeguckt und dachte mir, eins fehlt da, ein erfrischendes Holy-Track direkt neben ihm. Und da gibt es gerade noch bis zum 6. März eine spezielle Aktion zu ihren zwei Sorten, nämlich Tuken Whey, also Watermelon Male ist das eine. Das andere ist Thai Lime Tuken. Und wenn ihr da gerade diese beiden Sorten bestellt, dann bekommt ihr nicht nur diese beiden Energy-Drinks, die natürlich zuckerlos sind. Denn das ist ja das Definierende bei Holy. Alles ist ohne Zucker, schmeckt aber trotzdem so gut, als sei es voller Zucker. Die magische Formel wurde hier unlockt. Und diese beiden Sorten gibt es noch bis zum 6. März mit Goodies dabei, wo ihr dann sowohl einen Shaker bekommt, weil das ist halt ein Pulver, das ihr in Wasser auflöst und dann shakt ihr ordentlich. Und da gibt es einen Shaker sowohl im Stile eben dieses Watermelon Whales oder des Tukens. Und dazu gibt es dann im Falle von dem Wal noch so eine Wassermelone, also keine echte, sondern eine, die lustig aussieht, oder halt eine Lime im Falle von Tuken. Und ich finde ja, Wassermelonen sind sehr schön, aber immer, wenn ich sie länger als zwei Tage hier hinlege, dekorativ, riecht es wahnsinnig eklig. Hier bekomme ich dann die Möglichkeit, Tom, dass ich diesem Gestank endlich entgehen kann. Weil, ganz ehrlich, ich bin nicht bereit, das nicht zu machen. Hier liegt seit zwei Jahren durchgehend immer mindestens eine Wassermelone und der Gor in diesem Zimmer, der profitiert nicht davon. Dank Holy komme ich davon jetzt bald endlich weg. Ja, ich bin sehr froh, dass Holy da eine Alternative gibt zu deiner seltsamen Angewohnheit, dir Obst als Dekoobjekte im Zimmer zu verteilen. Und ihr könnt da ja auch noch sparen, wenn ihr unsere Codes benutzt, was ja nochmal extra schön ist. Wenn ihr nämlich einfach nur mit dem Code Hooked5 einkauft, dann kriegt ihr 5 Euro Neukundenrabatt. Also wenn ihr zum ersten Mal dort einkauft, spart ihr direkt 5 Euro. Und zusätzlich könnt ihr dann noch den Code Hooked benutzen, also einfach nur Hooked ohne Zahl, und bekommt nochmal 10 Prozent Rabatt. Und den könnt ihr bei jedem Einkauf benutzen und könnt damit Geld sparen. Und das würde uns natürlich sehr freuen, weil wir mögen Holy total gerne. Und ihr ja auch von dem, was wir immer als Feedback bekommen hiervon. Deswegen nutzt da unbedingt unsere Codes. Und einmal noch als ganz kurzer Hinweis, es gibt natürlich neben diesen Energydrinks, die ich gerade beschrieben habe, eben auch noch die Eistees, die kein zusätzliches Koffein haben. Und seit einigen Monaten auch die Hydration Line. Die kannst du als Sportdrinks trinken, die kannst du aber auch einfach als Softdrink-Ersatz trinken. Und da ist dann für alle etwas dabei, auch wenn ihr kein Koffein zusätzlich euch reinballern wollt, dann werdet ihr dort auch fündig. Und wir empfehlen es euch ja. Wir sind große Fans von Holy. Wir haben eine große Fan-Community in unserer Community von Holy. Die machen wirklich coolen Shit. Deswegen guckt da gerne mal vorbei. Auf jeden Fall mal vorbeischauen auf weareholy.com und denkt an unsere Codes Hooked und Hooked5. So, Tom, von einer meiner Lieblingsfirmen zu einer der schlimmsten, fürchtbarsten Firmen der Welt. Von Holy kommen wir zu Embracer, unsere wöchentlichen Embracer-News. Dieses Mal nicht über großflächige Kündigungen. Da haben sie, aber ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis der Podcast zu Ende ist. Jetzt gibt es aber die News ähnlich zu Toys for Bob, nämlich zu Saber Interactive, die Embracer verlassen werden, aber nicht geschlossen werden. Im Gegensatz zu Toys for Bob, wenn die jetzt nicht einfach, also Indie, was auch immer das jetzt im Falle von Toys for Bob heißt, sondern im Falle von Saber Interactive, gab es da eine Gruppe von privaten Investoren, die für dieses Firmenkonstrukt 500 Millionen Dollar bezahlt haben, um es aus den Fängen von Embracer zu befreien. Als Kontext, 2020 bezahlte Embracer 525 Millionen für Saber. Das sind 3500 MitarbeiterInnen, die dort dann mitgenommen werden von diesen privaten Investoren. Es gibt auch die Möglichkeit, wurde dabei gesagt, das basiert auf einem Report von Bloomberg, wurde noch nicht offiziell angekündigt. Es gibt wohl als Teil dieses Deals die Möglichkeit, dass Saber auch seine Tochterfirmen mitnimmt. Denn im Zuge dieses ganzen Firmenkonstrukts von Embracer haben sie auch die über, also sie wurden quasi die Mutterfirma diverser kleinerer Entwickler. Da haben wir zum Beispiel so Sachen wie 3D Realms, aber auch 4A Games, das sind die Entwickler in der Metro-Reihe. Wir haben Aspire, haben wir gerade oft drüber geredet. Slipgate Ironworks, das sind die Macher von Graven oder jetzt demnächst kommt ja dieses Command & Conquer-like namens Tempest Rising raus, auch von denen. Wir haben Tripwire Interactive, Macher von Maneater oder Killing Floor oder Zen Studios, das sind die Macher der diversen Pinball-Spiele wie Pinball FX. Das sind alles Studios, die Teil von Embracer sind mittlerweile. Und es steht halt wohl zu, es gibt die Option, dass diese Studios mit übernommen werden, aber es wird noch nicht gesagt, dass das auch definitiv der Fall ist. Und da bin ich gespannt, weil da sehe ich die Möglichkeit halt, dass wenn die Investoren sagen, dass sie das nicht möchten, die einzelnen Studios mitzunehmen, da sehe ich dann absolut die Möglichkeit, dass dort eben dann auch Kündigungen ausgesprochen werden oder Studios geschlossen werden. Jetzt erst mal sind es aber positive Nachrichten, dass halt Sabre weiter existieren wird. Ist ja eine wirklich gigantische Firma mittlerweile. Und sie werden tatsächlich auch die Entwicklung des KOTOR-Remakes mitnehmen und weitermachen. Das wurde ja bei Aspire die längste Zeit entwickelt. Dort haben wir davon erfahren, dass das alles nicht gut funktionierte. Embracer gab dann die Entwicklung an weiter an Sabre Interactive selbst. Und die wiederum nehmen jetzt auch die Rechte an diesem Remake und die Entwicklung des Remakes weiter mit. Und es wird dann ohne Embracer veröffentlicht werden. Das finde ich total spannend, dass das passiert. Und ich kann den Leuten dort, die dort arbeiten, nur wünschen, dass sie dann unter einer besseren Führungsetage geleitet werden. Es ist schwer, eine schlechtere zu finden, glaube ich. Sehr schwierig, würde ich auch sagen. Basierend auf dem, was wir über Embracer wissen und was sie in den letzten Monaten so gemacht haben und wie sie, auch die Aussagen vom Boss, dass man ja alles für die Shareholder macht und dass das das Allerwichtigste sei. Und das merkt man. Und da kann es einem nur gut treffen, wenn man sich davon lösen kann. Auch da schön, dass das grundsätzlich dann hier mal eine Möglichkeit dafür gibt. Aber dadurch, dass da noch so viele Fragen offen sind mit den anderen Studios und dieser durchaus realistischen Perspektive, die du gerade genannt hast, von okay, da könnten dann auch Sachen geschlossen werden, wenn da Sachen nicht übernommen werden. Weil das ist ja gerade das MO von Embracer. Ah, da fällt es mir schwer, mich noch so ganz richtig drüber zu freuen. Ja. Irgendwie, weißt du? Ganz genau, geht mir auch so. Ich finde auch immer, bei Saber behalte ich halt im Kopf, das ist halt auch eine russische Firma, die in Russland startete, mittlerweile in die ganze Welt expandiert ist, die aber auch in Weißrussland hat. Saber war eine russische Firma, das wusste ich gar nicht. Genau, nicht von Russen gegründet. Also da ist, glaube ich, ein Russe mit dabei, aber es sind halt so Leute wie Tim Willits oder Matthew Karch. Und die haben das aber tatsächlich in St. Petersburg in Russland gegründet 2001. Und das Main Office ist dann halt immer das in Russland gewesen. Und die sind dann wahnsinnig expandiert. Also wenn wir mal über das reine Management reden, aber halt auch in so Gegenden wie halt Belarus. Also du bist halt schon in Russland und dann wurde sich gedacht, okay, dann können wir auch direkt auch noch in andere diktatorische Regionen vorpreschen. Das geht, glaube ich, ohne gewisse Verbindungen nicht. Und Tim Willits, habe ich gerade einfach so gesagt, ist halt früherer Studio Director gewesen von id Software. Der war nicht einer der Mitgründer damals, sondern der ist erst 2019 dazu genommen. Das habe ich gerade falsch gesagt. Jedenfalls, das ist aber im Kern immer noch eigentlich eine russische Firma. Ich glaube aber, das ist okay, weil ich muss mir vorstellen, dass die ukrainischen Entwickler von 4A Games der Akquise im Jahr 2020 kritisch gegenübergestanden hätten, wenn es da gewisse Verflechtungen gab. Also das wollte ich nur einfach mal anmerken. Und die sind ja unglaublich gewachsen. Ich erinnere mich so gerne noch daran, wie einer der CEOs von Saber Interactive mir damals Inversion auf der Gamescom gezeigt hat. Ja, dieses ziemliche crappy The Gears of War-Klon. Und der hat halt persönlich diese Spiele vorgestellt in so einem kleinen Kämmerchen. Und jetzt mittlerweile ist er der Chef einer der größten Videospielfirmen weltweit mit zweieinhalbtausend, dreieinhalbtausend MitarbeiterInnen. Die sind halt unglaublich gewachsen und haben unglaublich offensichtlich clevere Entscheidungen getroffen, gemeinsam mit ihrer. Die machen so einen ganz interessanten Mix aus Support-Entwicklungen. Die sind überall mit dabei. Die haben ja auch damals an Halo mitgearbeitet, ganz essentiell. Und entwickeln generell überall mit, aber haben dann auch diese einzelnen, großen eigenen Entwicklungen, die dann halt gut zu funktionieren scheinen, wie so was wie World War Z oder wie das hoffentlich dann auch gute, bald kommende Space Marine 2. Genau. Ja, das ist total spannend. Da bin ich sehr interessiert daran zu sehen, wie die Zukunft da aussieht, vor allem auch mit noch den ungewissen Substudios. Genau, genau. Da werden wir vielleicht nächste Woche oder dann in den kommenden Wochen mehr zuhören. Es geht noch weiter bei Embracer, denn ein weiteres Studio steht dort kurz vor dem Verkauf. Das basiert auf einem Report von Kotaku. Gearbox. Wir wissen davon. Embracer versucht auch, Gearbox loszuwerden. Sie haben wohl, stand also vor dem Verkauf von Sabre und dann auch vor dem Verkauf von Gearbox, stand wohl immer noch ihre Schuldenlast so ungefähr bei 1,5 Milliarden US-Dollar, die sie halt irgendwie reinbekommen zu versuchen. Sie bekommen 500 Millionen für Sabre. Als kleine Erinnerung, in Gearbox hat Embracer 2021, das ist ein bisschen über zwei Jahre her, knapp drei Jahre her, für 1,3 Milliarden US-Dollar gekauft. Gearbox Software. Die soll nun wieder verkauft werden. Das war eine der verschiedenen Möglichkeiten, die da bestanden. Und da gab es jetzt die internen News, dass das wohl kurz bevor steht. Da soll es in den nächsten Wochen dann auch eine offizielle Meldung von Randy Pitchfurt geben an die Mitarbeiter. Denn da gab es in dem Report von Kotaku noch ein paar weitere Details zu. 2023, also Gearbox ist nämlich nicht unberührt von dem Drama bei Embracer. Seit 2023 wurden bereits einige Dutzend Leute entlassen. Gehälter wurden da eingefroren. Es gab einen Einstellungsstopp und das besteht wohl auch weiterhin. Und es gibt wenig Nachrichten dazu, wann das jetzt mal genau sich ändern wird. Im Zuge dessen wurden auch Spieleentwicklungen von neuen IPs eingestellt. Mehreren. Stattdessen ein Fokus auf, man kann es nicht denken, Borderlands 4 und Tiny Tina's Wonderlands 2. Das sind die beiden Spiele, die dort wohl aktuell sich in Entwicklung befinden. Und die wohl auch gut aussehen. Surprising no one. Ja, ja, ganz genau. Das scheint wohl auch positiv zu sein. Also es ist jetzt nicht so, dass man da total deprimiert ist. Aber ja, die neuen IPs wurden halt dafür eingestellt. Und da wissen wir noch nicht genau, wer da kaufen wird. Weil ich glaube, bei 1,3 Milliarden muss dann schon ein größeres Firmenkonglomerat dazukommen. Ich glaube, das kriegst du günstiger. Das stimmt, das stimmt. Heutzutage sicherlich. Das ist ein guter Punkt. Das wird heute nicht so viel kosten. Wobei man ja auch dazu sagen muss, und das finde ich auch wieder interessant, Gearbox ist ja auch sehr gewachsen seit 2021. Die haben einen Publishing-Arm. Die haben auch ein, zwei Tochterfirmen mittlerweile. Nicht so groß wie Embracer, aber schon wesentlich. Da bin ich auch gespannt, ob das alles mitgenommen wird. Also wahrscheinlich wird es dann irgendwie so, Tencent wird dann dazugreifen, irgendeine größere chinesische Firma. Vielleicht geht es dann auch wieder zu so einem saudi-arabischen Firmenkonglomerat. Das halte ich dafür nicht unwahrscheinlich. Oh, das wäre sehr lustig. Das wäre ironisch, ne? Im Zusammenhang mit Embracer, wenn da jetzt wieder das Geld kommt. Guck mal, kommen Sie doch noch an Ihre zwei Milliarden US-Dollar von Saudi-Arabien, die Sie unbedingt haben wollten, beziehungsweise an die Hälfte wahrscheinlich. Ja, ich habe zu Gearbox keine große emotionale Verbindung, aber sie sind halt auch so ein Traditionsstudio, das es schon so lange gibt. Bei Randy Pitchford verdreht man ja meistens die Augen, weil der Typ halt so Panne ist. Ja. Aber den Leuten dort, gerade wenn es jetzt auch heißt, okay, die Spiele, an die sie werkeln, kommen auch gut an bei den Leuten, die daran arbeiten, dann hofft man natürlich, dass die da irgendwo unterkommen, wo sie das dann auch weiter tun können und erneut schlimmer als Embracer. Geht wahrscheinlich nicht, weil dieser Gedanke von, ich arbeite bei einem Studio, das gerade Embracer gehört, muss in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren ja total komisch gewesen sein. Vor allem jetzt, nachdem es dann anfing mit der großen Umstrukturierung, weil du ja nie weißt, okay, wo sitzen wir in einem Jahr? Gibt es meinen Job dann noch? Wem gehöre ich dann? Keine Ahnung. Also diese Ungewissheit ist ja auch stressig. Genau, es ist halt ein unglaublicher Stress, dass man halt weiß, wenn man, okay, und wenn ich dann gekündigt werde, da habe ich ein Problem, weil die Jobs wachsen gerade nicht auf den Bäumen in dieser Industrie. Ich habe angekündigt, dass es keine weiteren Layoff-News gibt. Da habe ich ein bisschen zu kurz nach vorne geguckt, fürchte ich leider. Hast du uns angelogen? Ja, ich habe da richtig leider gelogen, denn das ist tatsächlich auch eine lokale News, die Deutschland betrifft. denn bereits letztes Jahr hat die Firma Digital Bros, das sind die Besitzer von so Firmen wie Five of Five Games, angekündigt, dass sie halt auch große Layoffs haben, 30 Prozent ihrer ganzen Belegschaft kündigen wollen. Übrigens deine Firma, wirklich deine großen Publisher Digital Bros zu nennen, ist unglaublich, ist eine spanische Firma. Die haben halt vor ein paar Jahren unter anderem Five of Five Games aufgekauft, denen gehören noch ein paar andere Studios, denen gehören etwa das Studio, was hinter Terranigma steht, die haben sie aufgekauft, oder Infinity Plus Two, das sind die Entwickler von Puzzle Quest, also solche Studios gehören denen. Und wie gesagt, Five of Five Games halt als Publisher, auch eines der Studios, das zu Digital Bros gehört. Da gab es letztes Jahr schon Layoffs und angekündigte Layoffs und nun wurden dort die lokalen Büros in Frankreich, in Spanien und auch in Deutschland leider geschlossen. Das sind dann auch Leute, die wir aus unseren Kontakten kennen, also da geht es dann halt um Marketing, um PR, um Publishing, wenn wir irgendwie Codes anfragen oder sowas. Tatsächlich habe ich auch schon bereits vor einigen Wochen da eine Mail bekommen von einem Mitarbeiter, der die Firma dort verlassen hat, in scheinbar weiser Voraussicht, was da noch kommt. Ja, also die lokalen Niederlassungen von Five of Five Games wurden da geschlossen. Das, ja? Ja, nee, da fällt mir gar nichts mehr zu ein, außer bitter. Es gibt, ich nutze dann deswegen auch direkt den Übergang, weil damit zusammenhängend, also nicht mit der Schließung der lokalen Niederlassungen, aber mit dem Versuch halt, die Ausgaben zu reduzieren, hat nun auch Remedy angekündigt, dass sie die Rechte an Control erstanden haben. Das hat deshalb den Zusammenhang, weil die Rechte an Control vorher bei Five of Five Games und damit auch bei Digital Bros lagen. Nun hat Remedy angekündigt, für 17 Millionen Euro haben sie die Rechte an Control, dem Franchise, erstanden. Das gilt für alles, was kommt und auch alles, was kam. Bis Ende des Jahres dient Five of Five Games noch als Publisher für den ersten Teil von Control. Dann gehen auch da die Rechte über. Und sie besitzen nun die alleinigen Publishing-Rechte auch an Project Condor, das ist das Korop-Spiel, und an Control 2, von dem wir ja beides schon wissen. Und die 17 Millionen Euro, das fand ich ganz interessant, sind so im Großen und Ganzen, mit einem kleinen Extra, sind die Kosten, die Digital Bros bereits in die Entwicklung von Project Condor und Control gesteckt haben. Das hat Remedy den quasi bezahlt mit einem kleinen Bonus und dafür haben sie die Rechte an dieser Reihe jetzt erstanden. Vielleicht als Kontext ganz interessant, vor vier, fünf Jahren, 2019, hat Remedy bereits die Rechte von Alan Wake gekauft, damals von Microsoft, und dafür 2,5 Millionen bezahlt. Oh, was? Echt? Ja. Das ist ja ein heftiger Unterschied. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen einem Franchise, was halt da lag und mit dem nichts gemacht wurde und mit dem Microsoft nichts vorhatte, während bei Control halt dann noch recht frisch der erste Teil kam und dann die weiteren Entwicklungen davor vorstanden. Gerade jetzt ja auch Alan Wake 2 noch mal erfolgreich war von dem, was ich so mitbekommen habe. Also Remedy sind ja gerade an einer sehr guten Position und haben jetzt auch die Rechte an ihren großen Franchises, bis auf an Max Payne, oder? Genau, Max Payne liegt immer noch bei Rockstar, auch da gibt's ja die Zusammenarbeit, weil sie an dem Remake des ersten und zweiten Teils arbeiten. Ich frage mich sehr, ob 2K dafür offen wäre, wirkt nicht auf mich so. Glaube ich nicht, glaube ich überhaupt nicht. Genau, dass man das könne, aber das wäre natürlich supergeil. Aber auch das ist schon ein unglaublich tolles Ding, dass Remedy nun die Rechte von Control und Alan Wake, was ja die zentralen Pfeiler ihres großen Remedy-Universums ist, dass sie das nun komplett selbst in der Hand haben und dann ja auch Zukunft, also 505 könnte das dann ja trotzdem publishen. Werden sie nicht machen, weil jetzt gerade erst die Publishing-Gerechte ihnen dadurch entzogen wurden. Aber sie können ja mit jedem zusammenarbeiten, in Zukunft mit wem sie wollen. In dieser Welle von furchtbaren Nachrichten in der Industrie freut es mich sehr, dass ausgerechnet Remedy ein Studio, was halt eigentlich seit Jahrzehnten so vor der Entwicklung von Control, vor dem Release von Control danach gesucht hat, diesen Durchbruch zu erleben, dass sie denen jetzt gelungen ist und sie so das Schicksal in die eigene Hand nehmen können. Ja, auf jeden Fall. Und ja auch immer noch unabhängig sind, oder? Ja, das ist komplett ein unabhängiges Studio. Die sind auch, soweit ich weiß, nicht am Aktienmarkt. Die haben komplett ihre ... God, more power to them. Wirklich, wirklich. Das ist super, super cool. Alan Wake ist ja auch so ein Ding, das hat sich jetzt nicht 100 Millionen Mal verkauft, ist auch noch nicht, haben noch keinen Profit damit gemacht, haben sie gesagt, aber sie haben auch gesagt, es ist trotzdem ein voller Erfolg und ist ihr erfolgreichstes Spiel, das sie jemals veröffentlicht haben. Hat sich deutlich schneller verkauft als sowas wie Control. Sie sagen, dank der Wertungen und auch des Player-Feedbacks sind sie sicher, dass das halt auch einen langen, langen Schwanz haben wird, einen Rattenschwanz haben wird, als Verkäufen, dass sich das immer weiterverkaufen wird und sie halt deswegen auch so planen können. Finde ich richtig toll. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf eine hoffentlich helle Zukunft, eine freundliche Zukunft. Ja, ja. Also das und so Sachen wie Baldur's Gate im letzten Jahr sind die Feel-Good-Stories, die wir brauchen. Ja. In so einer deprimierenden Industrie, weil das muss man wirklich sagen, also wir sind da an einem, wir sind insgesamt gerade an einem absoluten Tiefpunkt für die Videospielindustrie als Ganzes. Ja, sowas gab es noch nicht. In der Zeit, in der wir darüber berichten, gab es sowas noch nicht. Genau, spezifisch natürlich auch bei den ganz großen Studios, ne, bin auch der Meinung, sowas gab es noch nicht. Und es gibt ja auch mehrere Leute, die schon seit Jahrzehnten in der Industrie arbeiten, die auch sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja. Und das ist halt wild. Ja. Und es ist halt ein systemisches Problem. Es basiert alles auf System. Natürlich stecken da auch Menschen dahinter, haben wir ja vorhin auch noch mal betont, dass da trotzdem Menschen die Entscheidungen treffen, aber es ist auch ein systemisches Problem. Genau, das ist halt ein großer Unterschied. Ich sehe das ja auch, dass ab und zu, ne, dieser Vergleich mit dem Videogame-Crash in den 80ern, hatten wir ja auch mal in Zen darüber gesprochen, beziehungsweise in einem anderen Podcast oder Livestream darüber gesprochen. Es ist eigentlich nicht gut, damit zu vergleichen, weil das war halt ein Crash, der entstand, weil die Industrie wirklich gecrashed ist, weil niemand mehr diese, also in den USA, nicht hierzulande, aber weil in den USA halt, ne, die Produkte minderwertig waren, weil die Käufer und KäuferInnen nicht so recht wussten, was sie damit anfangen wollen, sollten. Und dann ist halt das ganze Ding halt zusammengebrochen, für kurze Zeit ja auch nur. Und das ist halt was anderes. Wir sind halt nicht hier, dass irgendwie das Geld nicht da ist, ist, dass die Käufer sich abwenden, dass es kleiner wird oder sonst irgendwas. Es ist rein dieses spätkapitalistische Ding, was den Dreh gibt. Es ist schlecht, aber nicht aus Gründen, die unmittelbar mit den Verkäufen und den Spielen zu tun haben, sondern halt mit lustig, es ist eine lustige Metaprogression, die wir da haben. Beziehungsweise hier ist es eine Metaregression, obwohl wir eigentlich eine Progression haben. Ja, denk darüber mal nach, Freunde. So, da kann man mal über die richtige, da kann man über das Game Design reden. Ja, genau. Ja, aber genau das ist ja das, was so wild ist an der ganzen Geschichte, weil wenn du auf den alten Videospielcrash guckst, da wurde ein Markt geflutet mit schlechten Spielen, die halt keiner haben wollte und dann war ganz viel tatsächlich unerfolgreich und das hat sich nicht halten können und deswegen ist der Markt gecrashed. Ganz genau. Und wir könnten nicht ferner davon entfernt sein. Guck dir an, wie viel, wie viel Rekorde regelmäßig gebrochen werden, Verkaufsrekorde auf diversen Plattformen und aus irgendeinem Grund sind irgendwie so Publisher wie Nintendo eine der wenigen, bei denen gerade zumindest noch nicht wahnsinnig irgendwie rumgekündigt wird, links und rechts. Die managen es einfach wirklich, also das sind auch einfach bessere Manager, wenn es einfach mal um die rein marktwirtschaftliche Konstanz geht. Die haben ihre Profitmargen, habe ich auch mal nachgecheckt, von irgendwie 30 bis 40 Prozent und unglaublich viel kleinere Ausgaben. Aber Tom, ich freue mich, dass du diesen Übergang mir gegeben hast, denn hey, Nintendo kann auch ein Arschloch sein, denn wir haben auch Arschloch-News zu Nintendo freundlich zu berichten, denn Nintendo hat angekündigt beziehungsweise hat es auch schon durchgeführt, die Macher des Switch-Emulators Yuzu zu verklagen. Auch hier möchte ich ein bisschen Kontext geben. Nintendo ist sehr bekannt dafür, gerne und freudig zu klagen gegen alles Mögliche, was ihrer Meinung nach ihr Copyright einschränkt oder betrifft. Sie mahnen ja auch so sehr, sehr schnell Fangames ab und das Größte, Wichtigste, Ikonischste, was da in den letzten Jahren im Grunde passiert ist, war ja die Klage gegen Gary Bowser, wo ich mal die Chance auch nutzen möchte. Und ja, der heißt wirklich so? Ja, der heißt wirklich so. Der verklagt wurde und da gab es vor einem Monat, ich weiß nicht, ob ich den Hooked erwähnt hatte, einen sehr, 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 sehr tollen Artikel von Patricia Hernandez zu dem Mann, der wurde nämlich aus dem Gefängnis entlassen. Es ist ein Mann, der so als Mittelsmann im Grunde diente. Es gab da ein Ding namens Team Executor und die haben so Hardware-Dongles produziert, die du an deine Switch zum Beispiel stecken konntest und damit konntest du die Anti-Piracy-Software umgehen und halt einfach Copyright brechen und illegale Dinge mit deiner Switch tun. Und dieser Mann, Gary Bowser, hat halt diese Webseiten gepflegt und als so Mittelsmann gedient zwischen Käufern und Verkäufern und hat da Kontakte so aufrecht erhalten, hat dafür laut eigener Aussage ein paar hundert Dollar im Monat für bekommen, war aber die Person, die all dann gefasst wurde bei einem großen, so einem Raid, den es da tatsächlich gab, wurde dann wirklich krass litigiert von Nintendo, sodass er im Endeffekt dann 40 Monate Haftstrafe bekommen hat, wo er von 14 Monate absitzen musste, aber vor allen Dingen eine Strafe von, Strafzahlungen von 15 oder 14,5 Millionen US-Dollar auferlegt bekommen hat, die er für den Rest seines Lebens halt abbezahlen muss und da finde ich dann sehr, sehr wert, diesen Artikel mal zu lesen, weil da gibt es so lustige Sachen wie, dass er halt während Covid festgenommen wurde, dass er deswegen in Isolationshaft kam, aus seinem eigenen Schutz trotzdem Covid bekommen hat, dann täglich quasi einen Priester ihn besucht hat, um für ihn zu beten, weil quasi es realistisch war, dass er davon sterben würde. Er ist mittlerweile auf freiem Fuß, muss aber halt 20 bis 30 Prozent seines Einkommens nach nötigen Ausgaben wie Miete abbezahlen, kann sich aber deswegen unter anderem sowas wie Strom kaum leisten, hat deswegen keinen Kühlschrank oder Herz, geht zur Tafel für Lebensmittel, hat einen GoFundMe für seine Krankenhausrechnungen, weil er auch schwerbehindert ist und Behinderungen hat, für die er Geld bezahlen muss und ja, dieser Mann darf für den Rest seines Lebens 30 Prozent sein. seines Einkommens bezahlen. Nur mal um die Herze zu verdeutlichen, mit der Nintendo dort halt lizediert. Also es soll ja auch diesen Zweck erfüllen von Abschrecken und ... Genau, das geht da nicht um Gerechtigkeit oder um gerechte Strafe oder so, hier geht es darum, einen Menschen so vollumfassend zu zerstören, dass er halt, dass halt keine andere Person sowas je wieder macht. Finde ich total krass. Ja, man verliert so jede Form von Verhältnismäßigkeit, weil selbst wenn man der Meinung ist, ja, okay, das ist halt falsch und er verdient eine Strafe, sollte die Strafe nicht sein, mehrere, also über ein Jahr ins Gefängnis zu gehen und dann noch für den Rest deines Lebens einen maßgeblichen Prozentsatz deines Gehalts weggeben zu müssen, weil von dem hat Nintendo auch nichts. Also es ist ja nicht so, sie werden ja nicht mal annähernd drankommen an diese 15 Millionen, die sie haben wollen, das bringt ihnen ja nichts. Also auf das Geld können sie gut und gerne verzichten, es macht für sie keinen Unterschied, aber es zerstört dort ein Menschenleben und das ist halt krass. Ja, und jetzt mit dem Kontext halt im Hintergrund kommen wir halt zu einer anderen Geschichte. Juso ist ein Nintendo Switch-Emulator, wo gegen den Nintendo jetzt geklagt hat, denn auch dort wollen sie nicht nur die Einstellung des Emulators, sondern auch wesentlichen Schadensersatz, den sie von den Verantwortlichen fordern. Als Begründung nennen sie das Tears of the Kingdom, also dass es halt allgemein ihre Copyright verletzen würde und das ist, Moment, ich hab's mir genau aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch sage, dass halt Piraterie in gigantischem Umfang gefördert werden würde von Juso, denn das ist ja die Sache. Der Emulator selbst macht nichts, was in irgendeiner Art und Weise Copyright bricht, das ist auch hier nochmal spezifisch so, es gab ja so spezifische Dinge bei sowas wie Dolphin, wo gewisse Sachen quasi schon Teil des Codes waren, die eigentlich noch von Copyright geschützt waren, von Nintendo Wii, das ist hier nicht der Fall, der Nintendo Switch-Emulator selbst macht überhaupt gar nichts, was in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Copyright betrifft, aber Nintendo trifft quasi die Aussage, um Juso zu nutzen, musst du dann Copyright brechen und darf deswegen wiederum fördert das Copyright, obwohl es selbst den nicht bricht. Sie geben da als Beispiel an, dass Tears of the Kingdom geleakt ist vor dem Release Zelda und über eine Million Mal heruntergeladen wurde im Zuge dessen. Kleiner Kontext von mir an der Stelle, Tears of the Kingdom ist das am schnellsten verkaufte Spiel der Reihe, hat sich über 20 Millionen Mal verkauft. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das den Erfolg von Tears of the Kingdom torpediert hat. Nur mal so als kleine Anekdote nebenbei. Sie argumentieren in dieser Klage halt wirklich gegen im Grunde das Kernkonzept von Emulation. Sie machen das in diesem Kontext halt, weil es hier eine aktuelle Konsole betrifft, die sie aktuell verkaufen, aber wenn diese Argumentation, wenn der Folge geleistet wird, wenn dort tatsächlich Rechtsprechung existiert und es gibt ja, das muss man betonen, es gibt seit Dekaden etablierte Rechtsprechung, die ganz spezifisch die Emulation als rechtens darstellt und das Reverse Engineering als rechtens darstellt und da will quasi Nintendo jetzt gerade ran, diese grundsätzliche Rechtsprechung auszuhebeln, um halt zu sagen, das mag sein, aber guck mal, hier in diesem Falle sorgt es trotzdem dafür, dass wir Verluste machen, weil Tiosos Kingdom sich nur 20 Millionen mal verkauft hat und das wäre tatsächlich eine ziemliche Bedrohung für das grundsätzliche Konzept von Emulationen, auch wenn es hier, ja? Ne, sorry, sag erst mal deins. Ich würde nur sagen, auch wenn es hier, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, auch spezifische Sachen gibt, für die man Jusu ganz konkret krezisieren kann und sollte. So, das wollte ich noch zu Ende sagen. Ah, okay. Da weiß ich jetzt nicht so Bescheid, aber war nicht eine der Sachen, die auch eine Rolle gespielt haben für Nintendos Perspektive, dass Jusu Patreon supported ist und dass da quasi finanzieller Gain entsteht durch so Sachen wie jetzt ein geleaktes Tears of the Kingdom oder sowas? Ja, das ist ein weiteres Argument, das sie auch in ihrer Klageschrift halt machen, dass man halt sehen kann, wie nach dem Leak von Tears of the Kingdom die Patreon-Einnahmen von den Verantwortlichen bei Jusu nochmal ordentlich nach oben ging und sie da halt auch sagen, okay, hier gibt es also offensichtlich auch eine finanzielle Motivation, Piraterie zu fördern. Das ist eines der Argumente auf jeden Fall, Trotzdem ist es natürlich Blödsinn. Es ist der heilige Gral für Nintendo, glaube ich, das hinzukriegen und Emulationen quasi da anzugreifen, woher sie entwächst, nämlich aus den Emulatoren selbst, statt immer nur den irgendwie ROM-Anbietern oder sowas hinterher zu jagen, aber es ist natürlich Blödsinn und auch das Recht der Käufer schafft, sich diese Emulatoren entweder selbst zu reverse engineieren oder sie sich halt zu holen, solange halt keinerlei von Kopierrecht verletzt wird oder eine Art von Diebstahl damit stattfindet und das tut's ja nicht und das finde ich krass, dass sie das nochmal versuchen. Ich würde ihn basierend auf dem, was ich jetzt und ich hab's nur so am Rande mitbekommen, davon mitbekommen habe, geringe Chancen zuweisen, auch basierend auf den Präzedenzfällen, die es da gibt, aber mich wundert überhaupt nicht, dass sie's versuchen, weil natürlich ein Teil dieser Taktik, glaube ich, auch immer Abschreckung ist, dieses Oh, ich krieg einen Brief vom Anwalt von Nintendo, Scheiße, was mach ich jetzt? Und die zumindest scheinen grad nicht so mega gut zu funktionieren. Es gibt da einen schönen Artikel von Ars Technica zu, die halt mal mit der, ja, mit dieser Community quasi gesprochen haben aus EntwicklerInnen, die an Emulatoren für diverse Nintendo-Plattformen entwickeln, wo halt so größtenteils die Reaktion ist, naja, wir wissen alle, so Nintendo ist halt, wie sie sind. Einer der zentralsten Argumente ist halt, naja, wir entwickeln aber halt an alten Plattformen, die nicht mehr aktiv verkauft werden, wo es also weniger konkrete Motivation für Nintendo gibt, da finanzielle Verluste klarzumachen. Deswegen machen wir uns da wenig Sorgen. Es gibt aber auch, und das ist das, was ich grad angedrückt habe, halt durchaus Aussagen, die halt sagen, naja, Jusu hat's aber auch einfach nicht so clever gemacht und ganz schön dumm gemacht und das ein bisschen provoziert, denn auf der Website von Jusu gibt's halt wirklich sehr detaillierte How-To-Guides, wie du halt Jusu nutzen kannst. Und im Zuge dessen geben sie dir halt auch How-To-Guides und sie machen das nicht selbst, also bieten dir jetzt nicht selbstständig diese Links an oder diese Downloads oder sonst irgendwas und hosten das nicht selbst, aber sie geben dir sehr detaillierte Guides dazu, wie du quasi Sachen illegal herunternetzt und wie du der Piraterie frönst, sag ich mal, um noch ein zweites Mal das wunderbare Wort frönst hier reinzubringen. Und das wird halt deutlich kritisiert von anderen EntwicklerInnen, weil sie halt sagen, damit packst du dir halt eine Zielscheibe auf die Stirn und clevere Leute umgehen das komplett und geben halt keinerlei technische oder ausführliche Hilfe dazu, wie du halt an illegale Copyright-geschützte Materialien kommst. Es gibt schon einen Grund, weshalb ihr meistens, wenn ihr euch einen Emulator runter ladet, dass ihr auf der Website, auf der ihr den Emulator kriegt, auch nichts von irgendwelchen ROMs in der Regel runterladbar ist oder so was. Und man sich ja auch oft noch separat das BIOS der jeweiligen Systeme holen muss, weil es da halt dann auch Dateien gibt, die wiederum illegal wären, dort anzubieten. Und das wusste ich jetzt nicht, dass zum Beispiel sie da so unvorsichtig sind, weil das erscheint mir dann auf deren Seite sehr kurzsichtig mit dem Hintergrundwissen, dass Nintendo halt bekannt ist für dieses aggressive Vorgehen. Also auch die Leute, die ihre Fanprojekte machen, im besten Fall sagst du das niemandem, releast es, hoffst, dass es sich schnell verbreitet, damit es in zwei Wochen nicht mehr so schlimm ist, wenn der Nintendo-Brief kommt, dass du es jetzt runternehmen musst. Was natürlich grundsätzlich total blöd ist. Also Nintendo müssen auch das nicht machen, das machen sie einfach nur, weil Urheberrechts schützen um jeden Preis, bla. Aber auch so diesen Fanprojekten hinterher zu jagen, das ist ja der Punkt, wo, finde ich, jegliche Nachvollziehbarkeit flöten geht, weil dieses, okay, hier ist ein Switch-Emulator, der hat Leuten ermöglicht, Switch zu spielen, ohne sich eine Switch zu kaufen. Da verstehe ich so grundsätzlich, okay, wo das herkommt. Ja. Aber bei den ganzen Fansachen, das ist ja dann einfach nur kundenfeindlich, weil das sind die Leute, die euch gemacht haben und euch immer noch machen und gegen die geht ihr vor, was soll denn das? Und ich finde halt einfach, für mich wirkt dieses Argument halt trotzdem sehr überholt, dass halt dieses Argument Piraterie zerstört unser Business oder greift es wesentlich an in der Videospielindustrie. Das hören wir ja seit 20, 30 Jahren. Und es hat sich immer wieder als halt irgendwie ein bisschen Blödsinn herausgestellt und genau, wie du sagst, gerade bei Nintendo, die unglaubliche Erfolge feiern, willst du mir wirklich erzählen, dass Yuzu im wesentlichen Maße ihre Einnahmen gesenkt hat, glaube ich nicht. Also ich habe auch schon Yuzu benutzt und Fröhlich benutzt und weißt du warum? Damit ich diese verdammten Spiele über 330p spielen kann, habe ich mir, habe ich diesen Emulator für einige Spiele benutzt, die ich besitze. Ich habe mehrere Switch-Konsolen hier zu Hause, ich habe die Spiele hier zu Hause und ich lade mir dann den Emulator trotzdem runter und spiele die da, hey, weil es mehr Spaß macht, weil die besser spielbar sind. Also so geht es ja vielen Leuten und es ist auch noch ein Punkt und da kann ich auch immer nur den YouTuber Narel sehr empfehlen. Ja. Dass Nintendo einfach grundsätzliche Dinge nicht anbieten in ihrem eigenen Angebot für die Retro-Software, für die Sachen, die halt dann in der Emulation stattfinden, weil es halt so viele Spiele, so viele alte Spiele nicht gibt. Es gibt diese NSO-Sammlungen, die du dir bei Switch Online runterladen kannst, aber das ist auch nur eine überschaubare Anzahl von Spielen und ganz viele Titel sind nicht anders verfügbar, außer du holst dir eine alte Cartridge vom Gebrauchtmarkt, davon hat Nintendo auch nichts, oder du emulierst halt, was halt für dich persönlich die günstigste Variante ist, weil diese gebrauchten Spiele oft gern mal 100 Euro kosten oder sowas oder mehr. Und ja, und wie du schon sagst, jetzt bei der Switch gibt's halt viele Sachen, wo ganz, und so wie jetzt ja ganz vielen Leuten gehen, die haben eine Switch, die haben die Spiele und denken sich einfach nur, ach, wär's nicht schön, wenn die flüssig laufen. Ja. Also so ne, kein wahnsinnig hoher Anspruch, der hinter diesem Wunsch steckt, das vielleicht mal auf dem PC auszuprobieren mit nem Emulator und der ja geboren wird aus einer, aus einem fehlenden Feature dessen, was Nintendo dir bietet. Genau, ja. Und im Zuge dessen, die bieten schon wenig an, ich hab leider das konkrete Spiel nicht mehr, ich hab den Tweet gesehen, aber mir den leider nicht gesaved und den Artikel gesehen, aber leider nicht gesaved, aber ich kann dazu ja auch auf Sony verweisen. Es ist ja nicht nur einmal passiert, dass Firmen ja dann sich rausstellt, Emulatoren in ihren eigenen Produkten nutzen, weil Emulatoren ja meistens Open Source sind, sodass dann regelmäßig ist passiert, dass diese Multimilliardenunternehmen halt vor der Feststellung stehen, oh fuck, wir haben ja gar keine Source-Codes mehr dieser Spiele und haben nix behalten, aber Fans haben in den letzten Jahren bereits die Arbeit geleistet, die alle auf anderer Hardware zum Laufen zu bringen und dieses Open Source, na komm, packen wir doch bei uns mit rein, war ja bei Playstation Classic zum Beispiel so, aber das gab's auch schon, das gab's auch schon bei Nintendo. Das ist jetzt für Juso natürlich aktuell irrelevant, weil es ist eine aktuelle Plattform, aber das ist es wichtig im Kopf zu behalten, eine solche Klage hätte Einfluss auf dieses gesamte, diesen gesamten Bereich und jetzt gerade erst, hast du ja bestimmt auch gesehen, gab's diese sehr, sehr tollen News zu der Virtual Boy-Emulation auf dem 3DS. Hast du das gesehen? Nee. Ja, es ist jetzt, jemand hat einen Emulator gebaut, womit Virtual Boy-Spiele, alle Virtual Boy-Spiele richtig gut komplett auf dem 3DS emulierbar sind und spielbar sind und das sieht halt richtig toll aus und ist richtig gut spielbar und versuch mal bei, klopf mal bei Nintendo an und frag mal, ob du vielleicht ein Virtual Boy-Spiel kaufen kannst. Kannst du nicht, wirst du auch übermorgen nicht können und das ist alles davon bedroht, von solcherlei Klagen und gerade eine Firma wie Nintendo, die mit ihrer eigenen Spiele-Historio umgeht, wie ich mit den, ähm, mit dem Chips krümeln, die unter meinem, äh, unter meinem Sofa liegen, nämlich ab und zu kommt mal was hervor, aber ansonsten lasse ich sie einfach da liegen, ähm, ist das keine gute Sache. Nee, wirklich nicht und wenn sie dann mal was anbieten, ist es halt nicht so gut wie das, was du dir selber emulieren kannst, das kommt ja dann auch noch da hinzu. Das kommt auch noch dazu. Deswegen die, die, die größte Motivation, Sachen zu emulieren, bietet Nintendo selbst. Ja, ganz genau. Das gilt für viele, viele Firmen. Das ist absolut der Fall, ja. Tom, turns out, es gibt Videospiele in der Videospielindustrie. Äh, wir haben nicht nur Firmenkonstrukte, die, 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 das Leben von verschiedenen Menschen auf ganz unterschiedliche und innovative Art und Weise zerstören. Nein, wir haben auch Videospiele, die gelegentlich angekündigt werden. Ähm, ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen daran gewöhnen, dass es weniger werden in den nächsten zwei Jahren. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir, ähm, auch jetzt weniger haben, aber tatsächlich gibt es sie noch. Äh, allen voran Pokémon. Es gibt ein neues Pokémon-Spiel, lieber Tom. Ich weiß nicht, wie ausführlich unser Diskurs dazu wird, denn es gibt nicht so wahnsinnig viele Nachrichten. Wir haben aber im Zuge der letzten Pokémon-Presents auf die Ankündigung reagiert von Pokémon Legends Z. Sag mal bis A. Hast du da schon mehr herausgefunden, wie man Pokémon Legends Z bis A ausspricht? Gute Frage. Also im Deutschen würde ich schon sagen, Pokémon Legenden Z bis A, weil es so geschrieben ist. Oder einfach nur Z A. Aber der Bindestrich muss schon Sinn haben. Es gibt im Spiel einen Charakter, der irgendwie A Z heißt oder sowas oder auch Z A, weiß ich nicht. Im Englischen, glaube ich. Ich glaube, im Deutschen heißt die anders. Das kann sehr gut sein. Ich habe es jetzt auch schon vor Ewigkeiten zuletzt durchgespielt. Ich habe es aber am Wochenende noch mal angeschmissen und mit meiner Freundin zusammen einfach mal eine Runde X und Y gespielt und noch mal festgestellt, dass ich die doch ziemlich cool finde, die Spiele. Ich weiß, dass ich damals auch sehr begeistert war, als ich das getestet habe. Für Giga war das dann. Da habe ich, glaube ich, einen 9 von 10 gegeben, weil ich das so cool fand. Dieses erste Mal 3D. Und sie spielen ja auch wirklich mit 3D als Perspektive in dem Spiel sehr viel rum. Vollkommen unabhängig von der Framerate und wie die dann einbricht, wenn man die Kamera senkt und plötzlich eine große Weitsicht hat. Aber das überrascht, glaube ich, niemanden, dass das Game Freak ein bisschen egal war. Aber für ein 3DS-Spiel sah das halt echt cool aus. Und dann hat es noch dieses europäische Szenario. Weil das ist ja das Ding, es gibt diese Illumina City in dem Spiel, um die sich jetzt alles drehen soll in Legenden Z bis A, weil die da der Schauplatz ist und nach Vermutung nach wohl auch der einzige Schauplatz. Zumindest habe ich das jetzt schon öfter mal gesehen, dass das vermutet wurde. Wurde das auch schon offiziell gesagt? Ja, ja, genau. Sie selbst, das ist jetzt nicht so formuliert, dass es komplett ausgeschlossen ist. Aber diese Tweets, die Pokémon-Comedy selbst schreiben, klingen sehr danach, dass dieses Spiel zumindest hauptsächlich, aber es klingt danach ausschließlich in der Stadt spielt, ja. Genau, okay. Ja, und Leute sagen ja schon, okay, das ist vielleicht inspiriert von der 1800er Paris-Umstrukturierung, weil das ja auch eine Stadt ist, die sich an Paris orientiert. Und dass es da vielleicht irgendeinen historischen Kontext gibt. Aber was jetzt das Spiel selber ist, das weiß halt noch keiner. Und da habe ich mir auch mal ein paar Videos angeguckt von irgendwie Poke-Youtubern, von denen manche echt schwer aushaltbar sind, aber trotzdem die Information fand ich ganz interessant. Aber selbst die, da wird halt viel spekuliert, aber das weiß halt keiner. Also du guckst dir auch diesen Trailer an und denkst dir so, also wir haben hier dieses Umstrukturierungsvorhaben für die Stadt, damit Pokémon und Menschen miteinander leben können, damit quasi das passiert, was ja in X und Y bereits Gegenwart ist. Also spielen wir dann auch einfach in der Gegenwart oder spielen wir dann vor dieser Umstrukturierung? Was machen wir denn eigentlich? Oder ist es doch irgendwie Sci-Fi, weil es ja auch so komisch futuristisch aussieht in dem Teaser-Trailer? Das sind alles noch Sachen, die wir gar nicht beantworten können. Ich finde aber sehr lustig, wie manche dieser Poke-Youtuber ausgeflippt sind, weil das ja, weil Pokémon Z damals so ein Ding war, was die Leute haben wollten. Weißt du, diese dritte Edition, die es ja ab und zu mal gab zu spielen, wo dann nochmal Sachen ergänzt werden und mehr Inhalte im Endgame stattfinden und sowas, das war bei X und Y noch nie der Fall. Die Kalos-Region fand danach nicht nochmal statt. Man ist direkt zur nächsten Generation übergegangen und da freuen sich halt Leute drauf, dass da nochmal ein bisschen mehr passiert, weil da gibt's irgendwie auch so einen Krieg in der Loa, der da nochmal aufgegriffen werden könnte und so einen ganzen Kram. Bin ich auch grundsätzlich interessiert? Ich bin auch grundsätzlich interessiert. Ich hab auch ganz viele Ideen, wie das ein cooles Spiel sein könnte, aber ich weiß es besser. Deswegen, also ich bin, ich werde jetzt nicht aufgeregt, weil wenn ich halt höre, oh, das spielt in der City und nur in der City und es geht darum, diese Stadt aufzubauen, wir beide lieben den Aufbau von Siedlungen oder einfach Lokalen im Zuge einer Progression, ne? Dass du die immer ein bisschen weiter hochziehst und hast da neue Gebäude und das gab's ja auch schon im Ansatz in Pokémon Legends. Da war ich dann auch ein bisschen enttäuscht davon, dass das einen kleineren Teil des Spiels eingenommen hat, als ich mir gewünscht hätte. Aber eben wenn es war ein Teil, das war ein ganz cooler Teil. Und wenn der Gedanke, dass man sich damit darauf quasi in der Kernprogression fokussiert, dass du in irgendeiner Art und Weise Entscheidungen fällst, wie diese Stadt wächst und gedeiht und du selbst Pokémon da hinstellst und hast du nicht gesehen, das kann alles cool sein, aber es könnte auch einfach total lame werden und einfach Pokémon Legends 1 sein in der Stadt nur. Ansonsten sieht es genauso aus wie in der Legends 1 und es läuft genauso scheiße wie Scarlet und Violet. Das kann alles passieren, gerade weil du ja in der Stadt jetzt bist und dann hast du noch mehr Sachen, die da gezeigt werden müssen. Deswegen hoffe ich, wie ich bei Pokémon es oft tue, auf Gutes und stelle mich ein auf nicht so Gutes. Auf eine Katastrophe. Nein, also es soll ja 2025 erst erscheinen. Das finde ich ist der nächste interessante Punkt, wo viele Leute schon spekulieren, okay, wird's ein Cross-Gen-Spiel, das dann auch auf der nächsten Switch erscheint. Das muss das jetzt, finde ich, nicht heißen, weil wir hatten in der Vergangenheit schon öfter mal Pokémon-Spiele, die so spät in einer Generation erschienen sind, dass die nächste Konsolengeneration eigentlich schon gestartet ist, sei es mit dem DS oder mit dem 3DS. Und das muss darüber also keine Aussage treffen. Aber es ist trotzdem interessant, dass es erst 2025 kommt, weil Scarlet und Violet, Karmesin und Popo sind Ende 2022 erschienen. Im gesamten Jahr 2023 ist, und das hat ja viele Leute überrascht, kein Pokémon-Spiel erschienen. Da sind die DLCs erschienen zu Karmesin und Popo, aber kein eigenes Pokémon-Spiel. Und das halt nach mehreren Jahren, in denen teilweise mehrere Spiele pro Jahr erschienen sind. Und jetzt auch noch 2024 erscheint zumindest scheinbar kein Pokémon-Spiel in der Mainline-Serie. Und dann erst wieder Legenden. Kann natürlich sein, wenn das für die Zwischenzeit im Laufe des Jahres doch noch was angekündigt wird. Das wissen wir ja jetzt nicht. Aber allein, dass diese Pause stattfindet und dass wir einmal auch diese Aussage hatten, dass sie sich die Kritik durchaus scheinbar zu Herzen nehmen an Karmesin und Popo und dass da ein bisschen mehr Entwicklungszeit auch reinfließt, was etwas ist, was diese Spiele dringend benötigen, stimmt mich dann wieder ein bisschen positiver, ohne aber, dass ich jetzt mit Optimismus hier rangehe. Ich bin auch so, dass ich denke, ja, ich guck mal, ich mochte Legenden und ich hab ja auch Spaß an Karmesin und Popo. Für mich ist dieses Spielprinzip ja erstaunlich unkaputtbar und glaube aber oder hoffe, sagen wir es so, dass wir den Tiefpunkt, diesen technischen Tiefpunkt jetzt erreicht haben und es jetzt wieder bergauf geht und wir dann hoffentlich dieses wunderbare Artdesign in einer Technik sehen, die dem auch gerecht wird. Weil das ist ja das, was, finde ich, eigentlich immer geklappt hat. Artdesign ist immer gut. Aber mein Gott, also diese geringe Auflösung und diese Weizigs und diese Texturen, das brauchen wir alles nicht mehr. Na, bitte, bitte, bitte da ein bisschen mehr anbieten. Ich möchte kurz den Leuten ermöglichen, ihre Kommentare zu editieren, weil der Mann heißt, also ich hab das richtig im Kopf gehabt, der Mann heißt auch anders im Deutschen, aber er heißt trotzdem AZ, ist einfach ausgeschrieben. In allen anderen Sprachen heißt er halt Buchstabe A, Buchstabe Z, aber weil du dann im Deutschen halt Z auch so aussprichst, heißt er im Deutschen AZETT. Ach, das ist ja witzig. Ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Lokalisierung, aber er heißt nichtsdestotrotz trotzdem AZ. Das wollte ich nur einmal kurz korrigieren. Okay, Tom, dann haben wir noch eine Ankündigung von einem kleinen Titel, wo ich mich tatsächlich ziemlich drüber freue, dass es das gibt, nämlich Greedfall 2, The Dying World, wurde angekündigt von Entwickler Spiders. Die wurden ja vor einigen Jahren aufgekauft vom Publisher Nacon und arbeiten jetzt hier gemeinsam an dem Sequel zu Greedfall. Das letzte Spiel, was Spiders entwickelt hat, war Steel Rising, was ein ziemlich solides, cooles Ding war für so ein Souls-like und dafür hatten sie halt Greedfall gemacht. Das Besondere hier, es wird im Early Access starten. Im Sommer diesen Jahres wird es im Early Access rauskommen, was das erste Mal für Spiders ist und auch bei Greedfall 1 das deshalb nicht der Fall war. Sie sagen selbst, dass sie das machen, weil das Spiel deutlich ambitionierter sei als der Vorgänger oder allgemein Spiele, die sie bisher gemacht hätten und sie sagen, das dauert deswegen noch eine Weile und wir wollen halt auch im grundsätzlichen quasi Feedback von den SpielerInnen bekommen, was sich in deren Aussage nach halt vor allen Dingen aufs Kampfsystem zu beziehen scheint, denn das Kampfsystem scheint auch nicht jetzt komplett anderes zu sein, aber ein sehr stark erweitertes, weil man alle Party-Mitglieder ebenfalls hier steuern können soll. Es soll aber trotzdem Echtzeit sein und das finde ich klingt erstmal ganz spannend, weil das Kampfsystem im Vorgänger war eigentlich schon ein recht klassisches Rollenspiel-Echtzeit-Kampfsystem. Da bin ich gespannt, was sie vielleicht dann auch mit den Erkenntnissen aus Steel Rising hier machen können, denn das war wirklich ein Ding. Steel Rising war besonders im Kampfsystem halt ein riesiger Schritt für Spiders. In Greedfall war es noch halt solide, okay, aber jetzt nicht großartig. Und da bin ich dann doch ganz gespannt drauf, was sie da basteln können im Laufe des nächsten Jahres, anderthalb Jahre. Ja, bin ich auch interessiert dran. Ich hatte gerade so diesen Gedanken von, war das nicht schon angekündigt? Ich habe nochmal nachgeguckt und das wurde schon 2022 angekündigt. Was? Tatsache? Ja, ja, es hieß 2024 soll es dann rauskommen und dann war lange Zeit still und jetzt gab es einen neuen Trailer und diese ganzen neuen Informationen, die wir bekommen haben über das Spiel, aber angekündigt wurde es tatsächlich schon. Ich sehe es auch gerade, das habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt und auch jetzt nicht nochmal deswegen nachgeguckt. Du hast recht, aber auch, dass es dann ja nichtsdestotrotz eine interessante News zu dem exakten Release dieses Spieles, dass es dann auch nicht als Early Access ursprünglich angekündigt wurde und ja mal, hier steht sogar Plan for Release in 2023, da scheinen sie ja dann, also das wirkt für mich so, als ob das dann ganz schön belohnt ist, ganz schön groß wurde. Kann sehr gut sein, ja. Würde ja auch irgendwo Sinn ergeben, weil es war ja das erste Greed Falls ja auch kein kleines Spiel gewesen und ich habe auch das Gefühl, sie sind da auf einer ganz guten Spur von so immer Teilverbesserungen von Spiel zu Spiel, von Projekt zu Projekt und hoffe, dass dann hier ganz viel davon zutage kommt und wir ein hoffentlich cooles Action-RPG da bekommen. Ja, ja, das ist auch unsere Hoffnung. Wir wollen ja auch neuen Bioware-Content demnächst bekommen. Das ist eine kleine, warum hast du so geguckt? Alles gut? Ich fand nur lustig, dass ich gesagt habe, ich bin gespannt darauf und dann hast du gesagt, das ist auch unsere Hoffnung und ich habe mich gerade gefragt, wen du dann noch meinst. Weil Robin war gerade irritiert, weil ich habe irritiert geguckt, einfach nur, weil Robin nochmal uns gesagt hat. Ja, manchmal kommen Formulierungen aus mir raus, die ich nicht ganz begründen kann, das ist einfach mein kleiner Wunsch, der manchmal vor sich hinspricht. meine Vorstellung ist gerade so, du und deine Katzen oder so, keine Ahnung. Ich und meine Katzen, wir spielen, Lucy wird immer in Urlaub geschickt und dann mümmeln ich und Kiwi und Nimo uns ja immer ein und dann spielen wir immer die neuen Bioware-Spiele und darauf wollte ich hinaus, dass ja Greenfall auch in unserer Wahrnehmung damals, beziehungsweise das habe ich damals sehr aktiv im Stream auch gesagt, dass es halt so ein bisschen der klassische Bioware-Spiel-Ersatz sein soll, ein bisschen weniger Budget oder deutlich weniger Budget, aber wir sollen dieses Jahr ja auch Dragon Age bekommen. Das war so eine kleine News, die von Giant Bomb wieder kam, dass der geplante Release von Dragon Age 4 tatsächlich dieses Jahr ist, es aber immer noch sein kann, dass es auf nächstes Jahr verschoben wird. Ja, diese potenzielle Verschiebung, die existiert ja irgendwie die ganze Zeit bei Dragon Age. Es soll ja die große Enthüllung im Sommer stattfinden, da bin ich sehr interessiert dran, weil das hat jetzt so lange gedauert, dieses Spiel und Baldur's Gate 3 ist rausgekommen und es ist eine ganz andere Realität, in die Bioware da gerade reintreten, was die Rollenspiellandschaft anbelangt und mit Rebirth hatten wir jetzt auch gerade erst ein Rollenspiel, das auch total durch die Decke ging, was die Wertungen anbelangt und die Beliebtheit und ja, total interessiert zu sehen, wie ein Dragon Age da reinpasst, würde mir natürlich wünschen, wenn das richtig gut wird, weil ich ja die Dragon Age-Reihe durchaus sehr mag. Jep, jep, jep. Da drücken wir alle die Daumen nach so einer langen Zeit, dass das dann auch liefern kann. Thomas, du hast gesagt, du hast auch noch was mitgebracht, zu Virtua Fighter. Ich weiß von nichts. Ja, und zwar gab es einen Leaker, einen bekannten Sega und Atlas-Leaker namens MBK, KSSTBHZ5. Natürlich. Den kennt ich, guter Freund. Aber der war halt auch in der Vergangenheit da schon Sachen geleakt, die dann immer gestimmt haben. Und der hat jetzt Sachen geleakt zu einem neuen Virtua Fighter. Und wir wissen ja so ziemlich, also es wurde noch nicht offiziell bestätigt, aber wir wissen quasi die ganze Zeit schon, dass ein neues Virtua Fighter kommt, weil es Virtua Fighter 5 Ultimate Edition gab, weil das, dieser E-Sport-Release von Virtua Fighter 3 stattgefunden hat in Japan, weil jetzt noch, auch in Japan, das Spiel ziemlich groß ist und diese Absicht durchaus schon mal, ja, erwähnt wurde von Leuten bei Sega. Und das ist wohl wirklich so. Das soll eine, ein Reboot werden der Serie, an dem ein dediziertes Team arbeitet und das soll einen Fokus haben auf Online und auf E-Sport, also schon wie auch Virtua Fighter 5, dieser Re-Release, den wir 2021, glaube ich, hatten. Soll aber auch Offline-Modi geben. Es wurde, glaube ich, auch schon mit angeteast, dass der Quest-Modus zurückkommen könnte, was sehr schön wäre. Neue Charaktere mit einem modernen Artstyle und ist wohl ein Projekt, das sich ziemlich verändert hat im Laufe der letzten Jahre in dieser Konzeptionsphase. Und da bin ich zumindest sehr interessiert. Also da bin ich super gespannt auf die offizielle Ankündigung, weil man kann bei Virtua Fighter, glaube ich, ziemlich leicht viel kaputt machen, weil Virtua Fighter ist ein sehr puristisches, System. Du hast nur drei Buttons. Blocken, Faust, Kick. Das sind deine drei Buttons und mit denen machst du alles. Du hast keine, oder wenn dann nur sehr wenige, Motion-Inputs, sondern es sind alles nur Kombinationen deiner Tasten und mit Richtungseingaben. Und trotzdem ein super komplexes, eingängiges, aber trotzdem komplexes Kampfsystem, in dem es wahnsinnig viel geht. Keine Superleisten, keine Ultramoves, kein Schnickschnack. Und ich finde, damit hat das halt voll das Alleinstellungsmerkmal und ich hoffe, dass sie dabei bleiben, dass das ein geerdetes, bodenständiges Fighting-Game wird, das gerne ein bisschen mehr Style bekommen darf, denn die Charakter-Designs in der Vergangenheit waren immer alle eher so ein bisschen bla, habe ich das Gefühl. Also da gibt es zwar ein paar Highlights, aber das meiste ist ja egal. Und auch so die Storys zum Beispiel gibt es nicht so wie in einem Tekken oder so, wo die alle so viel Persönlichkeit haben. Da kann man, finde ich, durchaus reingehen, aber ich hoffe, dass sie spielerisch jetzt nicht sagen, wir modernisieren es, in Anführungszeichen. Und das heißt dann, dass jetzt auch halt Virtual Fighter hat eine Superleiste und Ultramoves und fühlt sich dann einfach an wie alles andere. Deswegen, ich hoffe, da bleibt es sich selbst treu. Bin aber super interessiert dran, also weil ein modernes Virtual Fighter zu kriegen, diese Ikone des Fighting-Game-Genres, die dann potenziell zurückkehrt und in Konkurrenz tritt mit Street Fighter und Tekken, die beide gerade hervorragende Spiele bekommen haben und beide mit leider Mikrotransaktionen so ein bisschen, also naja, sie werden nicht kaputt gemacht, das will ich gar nicht sagen, aber es geht mir auf den Keks, dieser Tekken-8-Shop mit wieder, hier, kauft ihr 1050 Coins für 9,99 Euro, 400 Coins kostet ein Kostüm und ich denke mir so, Alter, Falter, das geht mir so gegen den Strich. Ja, ist auch scheiße. Ja. Ich kann aber, ich bin da ein bisschen skeptisch, wenn ich höre, bei so einer Ankündigung spezifisch tatsächlich diese Online- und E-Sports-Fokus, weil meiner Wahrnehmung nach ... Ich glaube, das heißt einfach nur, es gibt halt einen Online-Modus, also ... Das ist die positive, die negative Interpretation, die negative Interpretation ist, wir legen einen geringen Fokus auf den Singleplayer, weil ich finde halt, jedes dieser Spiele hat einen Fokus gefühlt für mich auf Multiplayer und E-Sports. Das ist ja der Punkt des Genres und wenn du das dann so extra betonst, wirkt das für mich direkt wie so ein Ding, also erwartet man nicht allzu viele Singleplayer-Inhalte, was ja im Grunde die erweckende Entwicklung dieses Genres war im letzten Jahrzehnt, dass halt diese Singleplayer-Sparte immer größer und ausführlicher befüttert wurde. Also ich glaube, es soll vor allem heißen, wäre jetzt meine Interpretation, dass halt online und diese fortlaufende Unterstützung und dieser Auftritt auf E-Sports-Turnieren und so, dass das halt im Fokus liegt. Wir haben auch vom Leaker erfahren, dass es Crossplay und Rollback unterstützen soll, was halt absolute Voraussetzung ist für sowas. Und wie gesagt, dass der Quest-Mode in einer Form trotzdem zurückkehren soll. Und das würde als Singleplayer-Modus schon reichen, weil das ist ein super Modus gewesen aus Virtua Fighter 4, der sehr viel Langzeitmotivation auch als Singleplayer bietet, wo du quasi von Arcade zu Arcade gegangen bist und hast virtuelle Virtua Fighter-Charaktere beziehungsweise Spielende bekämpft. Und das hat sich ja dann Tekken quasi auch später abgeguckt, weil alles, was in Virtua Fighter stattfand, hat sich Tekken später abgeguckt. Und ja, deswegen, ich glaube, ich glaube, das muss erst mal noch nicht so viel heißen. Ich fände es schade, wenn es keine Singleplayer-Inhalte gäbe, aber da der Leak schon sagt, nee, das ist auch Teil dessen, mache ich mir da ehrlich gesagt gerade gar nicht so viele Sorgen. Okay, alles klar. Tom, dann haben wir es tatsächlich geschafft für diese Woche und haben die Nachrichten, die News der Industrie für heute hinter uns gebracht und kommen dann jetzt ganz smooth, ohne Unterbrechung, zu den Spielen und anschließend noch zur Formel 1. Du hast aber, bevor wir zur Formel 1 kommen, ein Spiel mitgebracht, das bereits vor einigen Tagen jetzt schon Wochen erschien. und was in meiner Wahrnehmung schon einen kleinen Hype so mit sich gezogen hat. Es ist ein Loot-basiertes Action-Role-Playing-Game, von dem ich auf meinen Social-Media-Kanälen gerade viel lese, was da in meiner Wahrnehmung auf ganz okaye, ganz gute Begeisterung trifft. Wir reden davon Last Epoch. Und ich würde gerne von dir wissen, Tom, bist du denn auch begeistert? Oder ist das eher so ein, ja, mach mal nochmal Diablo, aber ihn nicht so beeindruckend? Also begeistert ist hochgegriffen, aber ich hab sehr viel Spaß mit dem Spiel. Und das ist ein Spiel, das ich jetzt, das ist ja schon sehr lange im Early Access war. Also das, es gibt Leute da draußen, die haben da schon hunderte, tausende Spielstunden drin und kennen sich richtig gut aus und kennen ihre Builds und den ganzen Kram. Da bin ich noch nicht. Ich hab jetzt, wir hatten einen Pre-Release-Code, da hat man auch so Beta-Servern spielen können. Da hab ich einen Level-20-Falkener, also bin so in die 20er reingelevelt, Falkener gespielt. Das ist so die Schurken, weil es funktioniert ja so, du wählst eine von fünf Klassen und diese Klassen haben dann jeweils drei Unterklassen. Und beim Rogue zum Beispiel gibt's den Falkener, das ist eine Schurken, die dann entweder mit Dolchen oder Bogen kämpft und halt einen Falken hat, den sie dazu beschwört, den sie auf Gegner raufhetzen kann, der dann extra Fähigkeiten bekommt und so. Sie kann zu einem Marksman werden oder zum Blade-Dancer. Und so funktioniert das Klassensystem hier und das find ich grundsätzlich erstmal schon total cool, weil ich mag's voll gerne in Spielen, mag ja auch diese Jobsysteme bei Final Fantasy, wenn du so eine Klasse auswählst und die sich dann noch spezialisieren kann. Zum Beispiel der Acolyte ist so eine Magie-Klasse, die aber auch in eine andere Richtung gehen kann. Die wird zum Lich, zum Necromancer oder zum Warlock. Und das find ich schon mal grundsätzlich cool, dass sowas geht. So, aber neben den Falconer hab ich dann jetzt in der Release-Version auch noch ein Sentinel gespielt, das ist quasi das Äquivalent zur regulären Krieger-Klasse und hab den spezialisiert auf einen Forge-Guard und bin jetzt gerade in den 40ern vom Level her. Und er hätte außerdem noch zu einem Void Knight oder einem Paladin werden können. Und der Forge-Guard ist aber so eine Klasse, die ist eigentlich fast eine Pet-Klasse, weil ich hab so eine Signaturfähigkeit, da kommt ein riesiger Hammer aus dem Himmel und fällt auf Gegner runter und macht AE-Damage und hat die Chance, Klingen zu beschwören, die dann für mich angreifen. Also einfach nur schwebende Klingen. Und dann kann ich halt noch, und das ist, finde ich, das ist der Punkt, den ich richtig, richtig gut finde an Last Epoch, das Progressionssystem. Weil das super befriedigend ist und echt nicht lange braucht, um interessante Entscheidungen dir abzuverlangen. Weil du einerseits einen Passiv-Skill-Baum hast für deine Klasse, wo du einfach so Sachen rein-skillst, wie mehr Schaden mit einer Zweihandwaffe oder mehr Lebensregeneration oder so ein Kram. Und in festen Abschnitten schaltest du dann noch Kernfähigkeiten frei, die du auch wirklich über Knopfdruck benutzen kannst. Fünf maximal. Und das ist das eine, da muss ich schon wirklich überlegen, okay, in welche Richtung will ich denn gehen? Weil diese verschiedenen Klassen wirklich sehr unterschiedlich sein können von meiner kurzen Erfahrung her. Die Schurkin hätte eine Nahkampfklasse werden können, mit Dolchen kann aber auch eine Fernkampfklasse werden und das dann noch in unterschiedlichen Ausprägungen. Und wo es dann, finde ich, richtig interessant wird, ist, dass du für deine Skills, erst nur für einen, dann für zwei, dann für drei bis maximal fünf, für die Skills selber schaltest du Skillbäume frei. Das heißt, es gibt für jeden einzelnen Skill, den du hast, einen kompletten Skillbaum, der auch richtig komplex ist, wo du in verschiedene Richtungen gehen kannst. Und dann kannst du halt sagen, okay, meinen Wirbelwind, den ich hier mache, wo ich einfach die Taste halte und mein Krieger dreht sich im Kreis, den kann ich halt auch so skillen, dass das kompletter Feuerschaden wird oder so. Oder meinen, diesen Hammer, den ich gerade beschrieben habe, den kann ich so skillen, dass der Cooldown verschwindet, sodass ich ihn spammen kann, wenn ich genug Mana habe. Also Dinge, die teilweise grundsätzlich die Art und Weise ändern, wie ich mit dieser Fähigkeit umgehe. Weißt du? Und das ist super spannend. Und da habe ich schon mir gedacht, okay, das wünsche ich mir eigentlich auch in anderen Action-RPGs. Weil zum Beispiel Diablo 4 gerade einen, finde ich jetzt nicht, wahnsinnig spannenden Talentbaum hat, der zwar auch mir teilweise interessante Entscheidungen abfordert, aber er hat nicht diesen Spezialisierungsgedanken in der Art und Weise, wie ich ihn jetzt hier bei Last Epoch habe. Und er muss schon mich entscheiden für eine Art und Weise, wie ich meinen Charakter spiele und kann den dann auch auf sehr unterschiedliche Art spielen, aber nicht auf so eine extrem individuelle Art, wie es mir Last Epoch ermöglicht. Wo ich der Meinung bin, dass nur weil ich einen Sentinel Forge Guard spiele, der Nächste, der einen Sentinel Forge Guard spielt, einen komplett anderen Charakter spielen könnte. Weil der könnte mit Schild und Schwert spielen. Ich spiele mit einer Zweihandwaffe. Der könnte sich komplett auf Wurfwaffen spezialisieren, weil es dafür verschiedene Skills gibt. Und das ist halt super cool. Das ist richtig, richtig cool. Also das ist ein so tolles Charaktersystem. Und ich bin ja noch nicht mal richtig tief eingestiegen. Also ich kratze ja an der Oberfläche. Aber da bin ich total begeistert von. Da finde ich passt das Wort begeistert. Also die Progression so spezifisch, die ist cool. Die ist individuell. Und das ist für so ein Action-RPG auf jeden Fall sehr, sehr wesentlich. Ich als jemand, der es noch gar nicht gespielt habe, wäre sehr interessiert daran, wie denn die Struktur des Spiels ist. Weil das ja eines der größten Probleme von Diablo 4 ist. Dass es dieses nicht, aber schon ein bisschen MMO ist, mit seinen großen Areas. Da haben wir schon ganz, ganz viel drüber gesprochen. Wie ist es denn in Last Epoch? Ist das im Kern ein ganz klassisches Singleplayer-Spiel, wo du lineare Level durchläufst und am Ende einen Credits hast und das Spiel durchgespielt hast und dann ein Endgame bekommst? Ist es online, ist es Koop? Wie ist da die Struktur? Es ist das, was du sein möchtest. Es hat erst mal keine offene Welt so wie Diablo 4, sondern verhältnismäßig kleine, komplett voneinander getrennte Gebiete, die du über eine Weltkarte teilweise ansteuerst. Und dieser Aufbau der Welt ist auch ein bisschen konfus, weil es da noch diese verschiedenen Zeitepochen gibt, die namensgebenden. Und da komme ich gleich noch mal zu. Aber es ist ein ... Du kannst im Online-Modus spielen und kannst es als Koop-Spiel wahrnehmen und hast dann auch ein Handelssystem, mit dem ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Aber auch mit dem Koop habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt, weil Robin, dieses Spiel, hat einen kompletten Offline-Modus. Ich kann einfach direkt beim Start sagen, ja, bitte Offline spielen. Und dann habe ich einfach das, was ich nämlich möchte von diesen Spielen, weil so spiele ich die nun mal, das ist meine präferierte Art und Weise, kann ich das einfach als Singleplayer-Spiel spielen, ohne mir jemals Gedanken um Lag oder so was machen zu müssen. Oh, meine Güte, was für ein Segen. Schön, schön. Ja, schön, dass das geht. Dann kann ich mich doch sehr zu hören. Genau. Dann frage ich mich doch jetzt, warum die Begeisterung noch ein bisschen zurückgehalten wird. Weil du hast geile Progression, du hast die Struktur, die du dir von Diablo 4 gewünscht hast, das klingt für mich so, als ob du damit einen Volltreffer hier eigentlich haben solltest. Also die Charakterstruktur hätte ich mir auf jeden Fall auch von einem Diablo gewünscht, die Weltenstruktur aber nicht. Weil das Problem, was Last Epoch durchaus hat, ist, dass es halt eine sehr bla erzählte Geschichte hat, die nicht gut präsentiert ist. Also mit so Zeichnungen, die jetzt, finde ich, nicht zu den hübschesten gehören, die auch nur so ganz wenig animiert sind in den wenigen Zwischensequenzen, die es gibt. Und ansonsten halt über Charakterdialoge, die alle, die gerne mal ein bisschen lang sind und ein bisschen austauschbar. Ich kann dir keinen einzigen Charakter sagen. Mit dem ich interagiert habe, weil das so egal ist, obwohl es eigentlich ein cooles Setup hat, weil es halt verschiedene Zeitepochen sind. Du bist in der gleichen Welt in diversen Zeitepochen unterwegs, fängst halt in so einer klassischen, relativ lebendigen Fantasy-Welt an. Und dann kommst du aber auch in die Zukunft dieser Welt, wo das so ein Eldritch-Horror-Ding wird, wo alles lila und kaputt und voller Pusteln ist und so. Und dann die Monster auch entsprechend aussehen. Das, finde ich, ist ein cooles Konzept. Und dann kannst du noch in die deutlich weiter entfernte Vergangenheit gehen. Da sind dann einfach Titusaurier. Und das mag ich. Das, finde ich, ist eine gute Hereingehensweise. Sie ist nur leider mit einem Schulterzucken umgesetzt. Weil diese Zeitreise passiert nach den ersten zwei Spielstunden oder sowas. Oder nicht mal, weiß ich nicht. Also es dauert wirklich nicht lang, bis du mal mit diesem Zeitreise-Kram anfängst. Und dadurch hat die so gar kein dramaturgisches Gewicht. Weil da bin ich dann in einem Gebiet, mache diese Zeitreise und erkenne dann nach der Zeitreise dieses Gebiet auch wieder. Nur ist es jetzt verändert. Aber ich habe ja noch keine emotionale Verbindung zu diesem Gebiet gehabt. Deswegen ist es mir noch ziemlich egal, dass das jetzt das Gleiche ist, nur kaputt oder so. Und ich werde so durchgeschleust durch die Hauptkampagne, wo die ganze Zeit Sachen passieren. Und wir müssen die Epoch wiederfinden. Und hier ist ein Thingamajig, das du zusammensammeln musst. Und dann kommt direkt der nächste Charakter, der mir vorgestellt wird, und ist dann auch schnell wieder weg. Und ja, ist alles sehr, sehr egal. Da ist Diablo als Beispiel viel, viel stärker drin. Das hat viel besseres Theming. Da hat auch einpräksamere Gebiete, selbst mit der Open World, von der ich ja auch kein großer Fan bin. Aber meine Lieblingsstruktur, was Action-RPGs da angeht, hat, finde ich immer noch Diablo 2. Was hat auch große Gebiete ermöglicht, die halt trotzdem random generated sind und dadurch immer so ein bisschen anders. Und wo ich immer noch ein gutes Weltgefühl bekomme. Weil das geht mir in Last Epoch total ab. Es wirkt alles komplett willkürlich und zusammengewürfelt, was hier passiert, weißt du? Also sehr, sehr, sehr spielgesteuert. Systemgesteuert würde ich sagen. Es ist ein sehr systemgesteuertes Spiel. Es klingt so, als Punkt auf einer Checkliste auch eine Story hat, aber niemand wirklich ein Interesse daran hat. Ja, aber dann erstaunt nicht viel Text und ja auch die ganzen Sprecher, die dafür engagiert werden müssen. Da, finde ich, hätte das Zurückhaltung vielleicht ein bisschen besser getan. So eine vielleicht Souls-ähnliche Herangehensweise, wo du dir das selber erschließt, wenn du halt möchtest. Ja, so funktioniert es für mich auf der Ebene nicht so richtig. Und ansonsten, es hat halt logischerweise nicht das Budget, dass ein Diablo 4 hat. Das heißt, die Animationen sind gerne mal ein bisschen steif. Du hast nicht ganz das Impact-Gefühl, das du in einem Diablo hast, weil hier auch keine Physik zum Einsatz kommt. Wenn zum Beispiel Gegner sterben, die haben alle die gleiche Todesanimation, wenn sie sterben, egal wie sie sterben, von dem, was ich gesehen habe. Also manchmal gibt es so kleine Partikeleffekte oder so was, aber das war es dann auch schon von dem, was ich gespielt habe. Und da merkst du dann schon noch mal einen Unterschied. Also das reine Spielgefühl in einem Diablo 4 ist noch mal eine ganze Ecke besser umgesetzt. Okay, verstehe. Durch die Animation, durch den Umpf, den alles hat und das Gespratze und so. Auch in Diablo 3, Diablo 3 dreht da ja völlig am Rad. Da ist ja wirklich, da fliegt ja alles durch die Gegend. Und da kann das dann hier nicht ganz mit dran reichen. Es macht aber Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass es gar kein Trefferfeedback gibt oder so was. Es fühlt sich nur manchmal so ein bisschen an, als ob du mit einem Würfel rollst bei einer neuen Fähigkeit. Oh, entweder die hat eine richtig coole Animation und hat Umpf oder sie fühlt sich nach genau gar nichts an, weil das gibt es auch, wo du so einen Move machst, der ist so ein bisschen unteranimiert und hat auch keinen Impact. Und dann denkst du so, ja, schade. Hätte ich vorher wissen. Und es ist auch so, ich mag ja dieses Skillsystem total gerne, aber es ist nicht, es fördert jetzt nicht wahnsinnig viel Experimentierfreude, weil Respecken nicht ganz so einfach ist wie in einem Diablo etwa. Das ist immer schade, ja. Ja, deine Sub-Spezialisierung zum Beispiel kannst du gar nicht wieder zurücknehmen. Die ist eine feste Entscheidung, das verstehe ich aber schon, weil das ist ja quasi eine Klasse, die du wählst. Es dauert halt nur immer, nachdem du ein Spiel gestartet hast, eine Weile, bis du in deine Subklasse reinkommst. Ich weiß nicht, ob das später noch beschleunigt wird. Und danach ist halt Respecken immer mit Kosten verbunden. Ich glaube, du kriegst nicht alle Skillpunkte zurück. Ich bin mir nicht mehr 100 Prozent sicher, wie genau es funktioniert. Und ich habe jetzt noch gar nicht über das Loot geredet. Das ist ja noch das andere Ding, wo ich jetzt schon sehr viele Leute sehr positiv habe drüber reden hören, weil das ist etwas, was wohl Last Epoch richtig gut macht. Habe ich jetzt in meiner beschränkten Spielerfahrung noch nicht in einer Art und Weise erlebt, wie ich sagen würde, ja, das ist so viel besser oder so. Da fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung. Aber es hat ein ziemlich cooles Crafting- oder Forging-System, wo du ein Item dir nehmen kannst, kannst es kaputt machen, um dessen Eigenschaften zu bekommen, um die dann beispielsweise auf ein anderes Item raufzukraften. Und jede Waffe oder jede Rüstungszahl hat so eine Art Ressource, die verbraucht wird mit jedem Craften. Aber du kannst dadurch deine Items selbst auch noch mal individualisieren. Wenn du sagst, nee, ich möchte, dass dieses Item Lifestyle hat, statt irgendwie Blitzschaden oder so was, dann kannst du das dem halt anpassen, wenn du die richtigen Ressourcen dafür hast. Und das ist halt so, das ist, finde ich, so ein Kernding, das dieses Spiel verstanden hat. Dieses, ich möchte Freude am Bau meines Charakters haben und ich möchte einen hohen Grad an Individualisierung haben. Und das gibt's auf jeden Fall. Zumindest auf dieser spielmechanischen Ebene, weil die stand im Vordergrund und alles andere steht im Hintergrund. Und da, finde ich, passt dann auch sehr gut rein, dass du dein Aussehen deines Charakters am Anfang gar nicht einstellst. Also, wenn du dir einen Sentinel wählst, die sehen halt alle gleich aus. Oder der Rogue. Oder die Schurkin, muss ich ja sagen. Es gibt nur eine Schurkin. Du kannst nicht sagen, ich will einen Schurkin spielen. Du kannst nicht mal Geschlecht wählen, so wie in Diablo 3. Und kannst erst recht nicht deinen Charakter selber createn, wie in Diablo 4. Sondern das ist wie in Diablo 2, um mal dahin zurückzugehen. Die haben alle einen festen, ein festes Aussehen. Charakter, ja, ja. Weißt du? Das ist ein bisschen schade. Es ist eigentlich seltsam, dass die nicht irgendwie ... Also, haben die dann einen Namen? Nee, nee, Namen willst du schon noch selbst. Also, es sind keine vorgefälligten Charaktere, die jetzt groß rumlabern oder so was. Aber sie haben halt dieses feste Design. Und weiß ich nicht, also, das Art-Design von Last Epoch ist jetzt nicht so stark, dass das davon komplett getragen wird. Manche von denen sehen halt ein bisschen egal aus, weißt du? Was auch leider weniger schön ist, es gibt diverse Bugs im Spiel. Oder zumindest Dinge, die sich für mich wie Bugs anfühlen. Zum Beispiel, dass ich, obwohl ich in einem Offline-Modus bin, dass es mir ständig passiert, wenn ich irgendwie ein Town-Portal nutze und dann wieder zurückkehre, dass meine Map resettet wird, dass auch Gegner sofort respawnen, dass teilweise auch die, ähm, die Anzeigen von dem Ziel, zu dem ich als nächstes soll, auf der Minimap, dass sich die resetten. Nicht aber mein Progress, also ich hab jetzt noch nie, zumindest, nee, ich glaub nicht, ich glaub, ich hab noch keinen Progress selbst verloren. Es ist nur die Anzeige, die sich dann nicht aktualisiert hat oder zumindest wieder zurückgesetzt wurde. Und da fühlt sich's an manchen Stellen noch ein bisschen wonky an, noch ein bisschen unfertig, wo der Feinschliff fehlt. Jetzt aber nie auf eine Art, wo's so krass in mein Spielgeschehen, in meine Spielerfahrung eingeschnitten ist, dass ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich mega störend, aber es sind halt diese Kleinigkeiten, ne? Also du hast dir dann immer mal wieder begegnet. Und das kann dann auch ein bisschen nervig sein. Alles klar. Also, äh, verschiedene Stärken, die es auszeichnet im Vergleich zu so was wie Diablo 4, aber auch Schwächen, die dann wiederum Diablo 4 zu was, äh, die Diablo 4 besser macht. Es wirkt halt wie ein ... Also, würdest du am Ende was sagen können, was dir besser gefiel? Also, das ist schwierig. Dafür müsste ich Last Epoch noch weiter spielen. Weil ich hab ja auch Diablo 4, ist ja auch so ein Spiel, ne, wo ich diesen immensen Frust mithabe. Aber das Spielen von Diablo 4 macht mir ja trotzdem Spaß. Und dieses Gefühl ist da auch immer noch besser. Aber die wichtigen Aspekte von einem Diablo-like, von einem Action-RPG, scheint Last Epoch auf jeden Fall hinzubekommen. Was das Loot angeht, von dem, was ich gelesen habe, aber auch was das Skillsystem angeht, von dem, was ich bisher erlebt habe. Und das find ich halt total cool. Weil das ist etwas, das mir sehr viel Spaß macht. Ich bin ja jetzt niemand, der ... Haben wir ja auch schon mal bei Diablo drüber geredet. Ich geh ja nicht online und such mir den optimalen Bild raus, sondern ich will selber experimentieren und will wirklich gucken, ah, okay, was kann ich hier miteinander kombinieren? Und ah, cool, das geht, oh, das ist ja geil. Und dann siehst du's in Aktion und es funktioniert tatsächlich auch. Und ich hab jetzt gerade, also mein Forge Guardian hat gerade so eine riesige Zweihandsense gefunden, die unglaublich viel zusätzlichen Necrotic Damage macht und die Chance hat, Skelette zu beschwören. Das heißt, regelmäßig latsche ich durch die Gegend mit meinem Hammer, den ich immer auf die Leute fallen lasse, den ich übrigens auch in einen Amboss umwandeln könnte, was ich eine sehr lustige Vorstellung finde. Und beschwöre haufenweise Klingen, die mit mir rumgehen, immer nur für 20 Sekunden, aber hey. Und hab dann noch so eine halbe Armee von Skeletten hinter mir. Also das find ich halt so lustig, so ein Krieger-Pet-Klasse zu spielen da. Aber es ist halt schon cool, dass das geht. Das klingt auch cool. Ach, schön, ich freu mich. Also es scheint ja nicht der absolute Megahit in allen Belangen zu sein, aber es scheint zumindest ein schöner, ein guter Vertreter in diesem Genre zu sein, der eben auch besonders, und da bist du ja einer von die Leute ansprechen kann, die strukturell von Diablo 4 enttäuscht wurden. Den Fokus, den es gelegt hat, und das freut mich. Und dann kostet es ja auch nur seine ... 33 Euro war's, glaub ich, auf Steam. Äh, genau, es ist kein Vollpreis gewesen. 33 Euro, genau, kostet es. Bzw. 34 Euro. Das ist schon echt ein guter Deal. Und du hast einen kompletten Offline-Modus, das will ich noch mal betonen. Das ist wirklich cool. Das muss man dieser Tage auch betonen. Und gerade für ein Spiel dieser Art, für alles, was so Rollenspielsysteme hat, da bin ich irgendwie dann schon gewohnt, dass es dann irgendwie diesen kompetitiven Charakter, den Vergleichscharakter geben muss. Genau, einerseits das, und das ist etwas, das geht mir so ein bisschen ab. Das habe ich bei Diablo noch nie wahnsinnig gefeiert, auch wenn ich das gerne mal im Koop gespielt habe damals. Aber ansonsten sind das für mich Singleplayer-Spiele. Und ich habe da wahnsinnig viel Freude mit dem Singleplayer. Ich brauche diesen Online-Aspekt nicht. Und bei Diablo 4 ist ja das Problem, dass der Online-Aspekt wirklich auch zu spielerischen Nachteilen führt. Einerseits zu atmosphärischen, weil du in der Welt ständig andere Leute siehst, die du nicht haben willst, die in ihren bunten Rüstungen und dummen Namen da rumstehen. Andererseits halt diese Lags, dieses Rubberbanding wurde es gern genannt, was mich immer irritiert, weil ich muss da an Rennspiele denken. Aber dieses Ding von du läufst in eine Richtung und wirst dann kurz wieder zurückgesetzt, weil sich das auf dem Server noch nicht aktualisiert hat. Alles klar, Tom. Dann war das doch unsere Besprechung zu Last Epoch. Ich wollte The Last Epoch sagen, aber das ist falsch. Das ist einfach The Last Epoch. Das war das einzige Spiel für diese Woche, weil du hast ja bereits erwähnt, das Spiel, was wir ausreichend gespielt haben, das hat noch einige Tage und Wochen ein Embargo laufen. Das dauert noch ein bisschen. Da reden wir erst in zwei ... Nee, vielleicht sogar erst in drei Wochen drüber. Boah, krass. Ja, es ist heftig. Da haben wir wieder alles vergessen. Muss ich ja noch mal durchspielen. Mist. Naja, bevor wir dann auch diese Besprechung kommen, haben wir noch zahlreiche Formel-1-Rennen. Und Tom, es ist wieder soweit. Denn wir sind wieder dabei. Mit Robbins famosem Formel-1-Fest. Ich dachte gerade, muss ich das jetzt machen? Ich war total verwirrt. Normalerweise moderiere ich das an. Ich weiß, das war für uns beide gerade eine ganz aufregende Situation, wo wir uns angeguckt haben und ich wusste, und das hat ganz gut funktioniert, finde ich. Es gibt es weiterhin, es gab ja Fragen deswegen, da ich jetzt einen eigenen kleinen Formel-1-Podcast begründet habe. Der heißt auch so, also nicht Formel-1-Fest wäre ein besserer Name gewesen, sondern er heißt Neo, N-E-E-O-O-O-W. Ihr könnt aber mittlerweile, wenn ich mich nicht irre, Tom, sollte man mittlerweile auch statt nach Neo suchen, auch nach Robin F1 suchen können bei den Podcast-Anbietern. Und dann sollte man es auch finden. Zumindest konnte ich es so finden. Müsst ihr mal schauen. Weitere Marketing-Tipps könnt ihr auch anheuern. Ganz genau. Immer Lautschrift nutzen, um Geräusche zu beschreiben. Das ist eine super Idee. Da gibt es eine ganz ausführliche Besprechung über eine halbe Stunde, knappe halbe Stunde zum Rennen. Hier, wie ihr es gewohnt seid, eine kurze, knackige Übersicht. Denn, Tom, die Saison 2024 ging los. Und, also es ist eigentlich genauso wie letztes Jahr. Oh nein, ist das der, das ist ja deflating. Ja, war jetzt nicht das allerspannendste Rennen der Welt, muss man sagen. Verstappen hat am Ende mit fast einer halben Minute Vorsprung gewonnen. Dann hattest du Perez im anderen Red Bull. Es gab auch keinerlei, das erste Mal tatsächlich in der Geschichte der Formel 1, was ich krass finde, gab es keinen einzigen Fahrerwechsel. Das erste Mal. Noch nie haben alle Teams die gleichen Fahrer in die neue Saison übernommen. Aber hier war es tatsächlich der Fall. Deswegen gibt es auch da keine großen Neuigkeiten. Es gibt gerade ganz viel Aufregung, natürlich neben der Strecke. Denn es gibt gerade einen richtig krassen, großen Machtkampf bei Red Bull. Der Vater von Max Verstappen, Jos Verstappen, gegen den Teamchef Christian Horner. Christian Horner hat wohl in irgendeiner Art und Weise eine unlautere Beziehung mit seiner persönlichen Assistentin gehabt. Und das ging dann auch zu sexuellen Belästigungen wohl angeblich über, die sie angezeigt hat. Aber dann gab es eine interne Red Bull-Untersuchung, wo sie gesagt haben, wir konnten nichts feststellen, was schlecht war. Und dann wurden sämtliche Nachrichten geleakt von unbekannter Stelle. Und direkt nachdem es geleakt wurde, hat Jos Verstappen den Rücktritt von Christian Horner gefordert. Und es gibt die thailändischen Mehrheitsbesitzer von Red Bull, die 51 Prozent des Teams besitzen. Und die österreichischen ursprünglichen Besitzer, die 49 Prozent besitzen. Und die eine Seite ist bei Jos Verstappen. Und die andere Seite ist bei Christian Horner. Und das ist alles so fucking dumm. Und reiche Menschen, die um Macht kämpfen, das ist toll. Es ist auch toll, gerade wenn Jos Verstappen sich dann als Vertreter der Moral darstellt. Und sagt halt, das wirft unsere ganze Arbeit bei Red Bull über den Haufen und hat ganz negative Auswirkungen auf unser, ja, einfach auf unser Image. Und dann googelst du vielleicht einfach mal Jos Verstappen und siehst zahlreiche Nachrichten über seine Festnahmen, weil er mal seine Frau angefahren hat. Oder jemanden, die Schädeldecke zertrümmert hat, weil er ja die Kartbahn länger besetzt hat, als er das wollte. Oder von diversen Ex-Freundinnen angezeigt wurde, wegen Belästigung, Drohnen, Stalking und halt Prügeln. Ähm, das sind so Sachen, die man dann vielleicht finden kann, weswegen Jos Verstappen persönlich vielleicht ein bisschen die Fresse halten sollte. Aber naja. Ja, und das gibt ja auch diese wunderbaren Geschichten, dass er ja Max Verstappen, wenn er nicht erster wurde beim Kartrennen, einfach an Tankstellen ausgesetzt hat als Strafe, damit er lernt, dass er besser fahren muss. Dann hat er den Zwölfjährigen da einfach stehen lassen und hat gesagt, denk mal drüber nach und ist halt weggefahren. Und dann hat die Ehefrau gefragt, wo zum Fick ist unser Sohn? Und dann musste die Stunden später da rückholen und den abholen. All solche Sachen. Ganz normaler Typ. Die Haihachi-Schule von Vaterschaftsdisziplinermaßnahmen. Absolut. Also, dass der Typ sich dann hinstellt und sagt, also, das Image, unser Image leidet sehr, ist schon sehr, sehr absurd. Also, das ist so eine große Spannung, die da gerade geschah. Was ebenfalls toll war, Tom, Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda sind ja im gleichen Team, die früher mal Alfa Tauri hießen. Davor hießen die mal Toro Rosso, ist das Tochterding von Red Bull. Die heißen mittlerweile, weißt du es? Kannst du es ahnen? Natürlich heißen die mittlerweile Visa Cash App RB. Ja, rollt von der Zunge. Rollt von der Zunge, ist super sympathisch. Visa Cash App RB. Es sind übrigens zwei Sponsoren, Visa und Cash App. Die haben nichts miteinander zu tun. Es ist nicht die Visa Cash App. Es ist Visa und es ist Cash App. Das klingt voll wie etwas, das du im Mobile-Store findest. Voll, ne? Finde ich auch. Aber die beiden haben es direkt im ersten Rennen geschafft, im Kampf um Platz zwölf aneinander zu geraten. Weil RB denen eine Team-Order gegeben hat, dass während Tsunoda versucht hat, seinen Vordermann zu überholen, er Ricciardo vorbeilassen soll, damit er versuchen kann, seinen Vordermann zu überholen. Und Tsunoda ist dann, also der Mann hat seine Gamer-Rage sehr unter Kontrolle bekommen in letzter Zeit. Aber da ist er dann sofort wieder ausgebrochen und ist ein bisschen ausgezickt, hat ihn dann doch vorbeigelassen. Aber dann, nachdem das Rennen vorbei war, ist er eben fast reingecrasht, weil er so an ihm vorbeigedüst ist und sich verbremst hat und so wütend war, dass er fast nach dem Ende seines Rennens seinen eigenen Team-Kollegen reingeknallt wäre, was auch schön gewesen wäre. Aber das sind so die spannenden Sachen des Wochenendes. Ansonsten ist es eigentlich alles im Großen und Ganzen so wie letztes Jahr mit ein paar Änderungen. Alpin ist schlechter geworden und Toro Rosso oder wie sie jetzt heißen Cash App RB wurden ein bisschen besser. Racing Bulls nennt man sie so ein bisschen umgangssprachlich. Da würde ich dann darauf verweisen, wenn ihr da so detailliert wissen wollt, wie da die aktuellen Machtstellungen sich verändert haben. Dann hört doch mal in den Podcast rein. Wir haben da auch so eine F1 Fantasy League laufen über die offizielle Website, wo man sein Team zusammenstellen kann und Punkte bekommt. Da führt gerade Nick Stohn. Ich finde, das ist nicht zu akzeptieren, falls ihr zustimmt. Guckt mal bei uns im Discord vorbei. Das ist auch im Podcast überall verlinkt. Dann kommt ihr mit und dann reißt ihr den mal vermaledeiten Nick vom Thron. Aber wer weiß, ob das noch passieren wird. Das finde ich super. Ja. Okay. Das war's. Ja, das musst du jetzt auch wieder abmoderieren, Rob. Achso. Ja, guck, ich dachte, weil du gerade Vau gesagt hast, machst du jetzt die abmoderieren. Aber nein, du hast völlig recht, dann muss ich die jetzt auch übernehmen. Machst du dann das Vau oder machst du das Vau? Das war's dann für heute mit Robins famosem Formel 1 Fest. Niau. Ich hab versucht, extra Niau zu sagen. Hast du das gemerkt? Sehr gut. Ja, ich hab die drei, ich hab die, äh, das was heißt, drei O genau gehört. Und die zwei E's auch. Ja, alles richtig. Das eine N, das zwei E, das drei O und das eine W. Das hab ich exakt rausgehört. So, das war's für heute, Tom. Unser dieswöchiger Podcast ist erledigt. Ich, ähm, bewerb mich jetzt bei diversen, ähm, bei diversen Steuerberatern als, ähm, Assistenz, weil ich kenn mich jetzt aus. Ich bin jetzt Finanzexperte. Ich kenn den Unterschied zwischen Net Income und Operating Profit, zumindest noch für einen Tag lang ungefähr. Deswegen muss ich da die Gelegenheit beim Shop verpacken. Was hast du noch so vor heute? Ach, du, ich werd vielleicht, was werd ich denn machen? Ich, ich spiel ein Remedy-Spiel und, äh, guck mir mal an, was Toys for Bob noch so machen können. Einfach damit ich so ein bisschen Freude, die, mich auf die positiven Dinge konzentriere, die wir heute in diesem News-Sektion besprochen haben. Möchte aber mich bedanken für deine, ähm, deine Recherche und dein Ausführen all dieser, ja, doch nicht immer ganz einfachen News, über die wir heute geredet haben? Äh, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ich nutze gerne die Ausrede, um sich auch mit Sachen zu beschäftigen, wo man normalerweise nicht so reinguckt, um ein bisschen Verständnis zu gewinnen. Vielleicht gilt das ja auch für euch draußen, dass es ein bisschen Kontext gegeben hat. Verständnis zu gewinnen für bestimmte. Oh ja, stimmt, das ist sehr, sehr gut gesagt, das gewinnt man ja vor allen Dingen. Äh, wir, Tom, haben noch eine Reihe von Podcast-Produzentinnen, bei denen ich mich jetzt bedanke, wenn das wirklich okay ist. Äh, ja, wie, wie, wie wird man denn zu einem Podcast-Produzent? Ah, das wollte ich zuerst sagen, vielen Dank. Äh, wir sind nämlich, äh, äh, gesponsert, wollte ich schon sagen, gesponsert von Holy. Wir werden unterstützt und am Laufen gehalten von euch da draußen auf steady.de slash hooked oder, äh, patreon.com slash hooked. Da könnt ihr uns unterstützen, ähm, mit Beträgen, die ihr selbst entscheiden könnt. Wenn ihr uns 5 Euro im Monat gebt, dann bekommt ihr exklusive Inhalte, wie etwa unsere Hooked on Topic Podcast-Reihe. Wenn ihr uns aber mit 10 Euro im Monat unterstützt, dann seid ihr offiziell, nein, mit 25 Euro im Monat, seid ihr offiziell Podcast-Produzent mit 10 Euro, bekommt ihr Zugriff auf unseren Feedback-Tier, wo ihr auch, ähm, Fragen stellen könnt und immer gesichert drankommt. Bei den Feedback-Podcasts bei 25 Euro seid ihr dann Podcast-Produzent oder Podcast-Produzent-In. Und bei all diesen wunderbaren, wunderschönen, wundersamen, riechenden, tollen Menschen möchte ich mich jetzt bedanken. Bored Penguin is searching for view. Das ist, äh, Viewfinder ist hier der Gag. Ich hab's verstanden. Chipsa. Crisco hat Robins F1 Podcast-Cover zum Besten aller Zeiten gekürt. Vielen Dank. Quashat82. Daniel. Der Pfiffige. Dobsy. Dönis. Dustin. Ienias. Firo. First Barto. Flo Rentner-Will. Fure 96. Gunnar Hildebrandt. Gurkenforelle. Gastian. Hyperion. Jan Lippert. Jan Fee. Der Held. Jean Marcel. Kernspaltkartoffel. Kesselflicken. Kumi. Marc Lammers. Matze. McLovin008. Michael. Michael Noritz-Wolf. Miki has given up time travel and is considering a new career. Mordema Madadin von der Mosel. Mudkip. My Despair. Natalie Bro. Old Sport. Oliver Zierfass. Parren 85. Pasta-Palastin-Nudel. Poke Spidey. Ralle. Rick O. Selenaya. Simon. Dopechai. Stew TM. Tommy. 88088. Verschlafener Honey. Why I'm Trying. Zavex und Laskar. Zombie und Wintercracker. Sagen Danke für den Podcast. Vielen Dank für euren Support. So, Tom. Geschafft. Langer Podcast. Viele News. Viele ernste Themen. Aber auch ein schönes Spiel. Und dann noch Formel 1. Eigentlich doch alles geschafft, oder? Ja, also war ein besonderer Podcast, habe ich das Gefühl. Weil das passiert ja eigentlich nicht so oft, dass wir so dominierende News-Diskussionen haben und dann erstaunlich wenig im Spielebereich. Das wird sich auch wieder einpegeln, denke ich. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, die letzte Woche war news-technisch noch mal was Besonderes. Wo auch dieser Frust, man merkt diesen kollektiven Frust. Es ist ja immerhin hat man dieses Ding, dass man das gemeinsam fühlt und sich damit jetzt nicht komplett alleine fühlt. Und das finde ich dann ganz lustig. Ich hatte auch die Situation, ich hatte mir ... Ich weiß nicht mehr, welches YouTube-Video es war, aber es war was relativ Ruhiges. Und bei mir war YouTube Autoplay an. Und direkt danach ist von Speckobst, von Björn, sein Video gestartet über die Sony-Layoffs. Und der hat sich ja aufgeregt da drin. Es war halt sehr befriedigend irgendwie, diese rechtschaffende Wut, von der wir vorhin auch mal geredet haben, da mal in Aktion zu sehen, weil das kann er ja auch gut. Aber man hat den Frust richtig rausgespürt und wie das fast was Therapeutisches für ihn war. Ich glaube aber auch für die Leute, die ihn zuhören. So ein Hater. Ein Hater von Layoffs, jetzt sage ich es offiziell. Hatet der einfach auf Sony? Was soll das? Wirklich. Oh, immer diese X-Bots. Mann, 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 Mann. Ja, dann da noch eine Empfehlung. Guckt doch mal da rein, falls ihr euch ein bisschen mit aufregen wollt, beziehungsweise eurer Wut ein bisschen von externen Ausdruck verleihen wollt. Für uns war es das für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir am Start sind in der neuen Folge von Hooked.fm. Vielen Dank für die wunderbaren Diskussionen, Tom. Einen schönen Tag noch und tschüss. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.